Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Stefan Schmelz, München Gottfried Keller Kleider machen Leute Teil 1 An einem unfreundlichen Novembertage wanderte ein armes Schneiderlein auf der Landstraße nach Goldach, einer kleinen Reichenstadt, die nur wenige Stunden von Seldwyla entfernt ist. Der Schneider trug in seiner Tasche nichts als einen Fingerhut, welchen er in Ermangelung irgendeiner Münze unablässig zwischen den Fingern drehte, wenn er der Kälte wegen die Hände in die Hosen steckte, und die Finger schmerzten ihn ordentlich von diesem Drehen und Reiben. Denn er hatte wegen des Falliments irgendeines Seldwyler Schneidermeisters seinen Arbeitslohn mit der Arbeit zugleich verlieren und auswandern müssen. Er hatte noch nichts gefrühstückt als einige Schneeflocken, die ihm in den Mund geflogen, und er sah noch weniger ab, wo das geringste Mittagbrot herwachsen sollte. Das Fechten fiel ihm äußerst schwer, ja schien ihm gänzlich unmöglich, weil er über seinem schwarzen Sonntagskleide, welches sein einziges war, einen weiten, dunkelgrauen Radmantel trug, mit schwarzem Samt ausgeschlagen, der seinem Träger ein edles und romantisches Aussehen verlieh, zumal dessen lange schwarze Haare und Schnurrbärtchen sorgfältig gepflegt waren, und er sich blasser, aber regelmäßiger Gesichtszüge erfreute. Solcher Habitus war ihm zum Bedürfnis geworden, ohne daß er etwas Schlimmes oder Betrügerisches dabei im Schilde führte. Vielmehr war er zufrieden, wenn man ihn nur gewähren und im Stillen seine Arbeit verrichten ließ. Aber lieber wäre er verhungert, als daß er sich von seinem Radmantel und von seiner polnischen Pelzmütze getrennt hätte, die er ebenfalls mit großem Anstand zu tragen wußte. Er konnte deshalb nur in größeren Städten arbeiten, wo solches nicht zu sehr auffiel. Wenn er wanderte und keine Ersparnisse mitführte, geriet er in die größte Not. Näherte er sich einem Hause, so betrachteten ihn die Leute mit Verwunderung und Neugierde, und erwarteten eher alles andere, als daß er betteln würde. So erstarben ihm, da er überdies nicht berät war, die Worte im Munde, also daß er der Märtyrer seines Mantels war und Hunger litt, so schwarz wie des letzteren Sammetfutter. Als er bekümmert und geschwächt einer Anhöhe hinaufging, stieß er auf einen neuen und bequemen Reisewagen, welchen ein herrschaftlicher Kutscher in Basel abgeholt hatte und seinem Herrn überbrachte, einem fremden Grafen, der irgendwo in der Ostschweiz auf einem gemieteten oder angekauften alten Schlosse saß. Der Wagen war mit allerlei Vorrichtungen zur Aufnahme des Gepäcks versehen und schien deshalb schwer bepackt zu sein, obgleich alles leer war. Der Kutscher ging wegen des steilen Weges neben den Pferden, und als er oben angekommen den Bock wieder bestieg, fragte er den Schneider, ob er sich nicht in den leeren Wagen setzen wolle, denn es fing eben an zu regnen, und er hatte mit einem Blicke gesehen, daß der Fußgänger sich matt und kümmerlich durch die Welt schlug. Derselbe nahm das Anerbieten dankbar und bescheiden an, worauf der Wagen rasch mit ihm von dannen rollte und in einer kleinen Stunde stattlich und donnernd durch den Torbogen von Goldach fuhr. Vor dem ersten Gasthofe, zur Waage genannt, hielt das vornehme Fuhrwerk plötzlich, und also gleich zog der Hausknecht so heftig an der Glocke, daß der Draht beinahe in zwei ging. Da stürzten Wirt und Leute herunter und rissen den Schlag auf. Kinder und Nachbarn umringten schon den prächtigen Wagen, neugierig, welch ein Kern sich aus so unerhörter Schale enthülsen werde. Und als der verdutzte Schneider endlich hervorsprang in seinem Mantel, blass und schön und schwermütig zur Erde blickend, schien er ihnen wenigstens ein geheimnisvoller Prinz oder Grafensohn zu sein. Der Raum zwischen dem Reisewagen und der Pforte des Gasthauses war schmal und im Übrigen der Weg durch die Zuschauer ziemlich gesperrt. Mochte es nun der Mangel an Geistesgegenwart oder an Mut sein, den Haufen zu durchbrechen und einfach seines Weges zu gehen, er tat dieses nicht, sondern ließ sich willenlos in das Haus und die Treppe hinangleiten und bemerkte seine neue seltsame Lage erst recht, als er sich in einen wohnlichen Speisesaal versetzt sah und ihm sein ehrwürdiger Mantel dienstfertig abgenommen wurde. Der Herr wünscht zu speisen, hieß es, gleich wird serviert werden, es ist eben gekocht. Ohne eine Antwort abzuwarten, lief der Wagwirt in die Küche und rief, in drei Teufels Namen, nun haben wir nichts als Rindfleisch und die Hammelskeule. Die Rebhuhnpastete darf ich nicht anschneiden, da sie für die Abendherren bestimmt und versprochen ist. So geht es, den einzigen Tag, wo wir keinen Gast erwarten und nichts da ist, muß ein solcher Herr kommen. Und der Kutsche hat ein Wappen auf den Knöpfen, und der Wagen ist wie der eines Herzogs, und der junge Mann mag kaum den Mund öffnen vor Vornehmheit. Doch die ruhige Köchin sagte, nun, was ist denn da zu lamentieren, Herr? Die Pastete tragen sie nur kühn auf, die wird er doch nicht aufessen. Die Abendherren bekommen sie dann portionsweise, sechs Portionen wollen wir schon noch herauskriegen. »Sechs Portionen? Ihr vergeßt wohl, daß die Herren sich satt zu essen gewohnt sind,« meinte der Wirt. Allein die Köchin fuhr unerschüttert fort. »Das sollen sie auch. Man läßt noch schnell ein halbes Dutzend Koteletts holen, die brauchen wir sowieso für den Fremden. Und was er übrig läßt, schneide ich in kleine Stückchen und menge sie unter die Pastete. Da lassen sie nur mich machen.« Doch der wackere Wirt sagte ernsthaft, »Köchin, ich habe euch schon einmal gesagt, daß dergleichen in dieser Stadt und in diesem Hause nicht angehe. Wir leben hier solid und ehrenfest und vermögen es.« »Ei, der Tausend, ja, ja!« rief die Köchin endlich etwas aufgeregt. »Wenn man sich denn nicht zu helfen weiß, so opfere man die Sache. Hier sind zwei Schnäpfen, die ich den Augenblick vom Jäger gekauft habe, die kann man am Ende der Pastete zusetzen. Eine mit Schnäpfen gefälschte Rebhuhnpastete werden die Leckermäule nicht beanstanden. So dann sind auch die Forellen da, die größte habe ich in das siedende Wasser geworfen, wie der merkwürdige Wagen kam. Und da kocht auch schon die Brühe im Pfändchen. So haben wir also einen Fisch, das Rindfleisch, das Gemüse mit den Koteletts, den Hammelsbraten und die Pastete. Geben Sie nur den Schlüssel, daß man das Eingemachte und den Dessert herausnehmen kann, und den Schlüssel könnten Sie, Herr, mir mit Ehren und Zutrauen übergeben, damit man Ihnen nicht aller Orten nachspringen muß und oft in die größte Verlegenheit gerät. Liebe Köchin, das braucht Ihr nicht übel zu nehmen. Ich habe meiner seligen Frau am Todbette versprechen müssen, die Schlüssel immer in Händen zu behalten. Sonach geschieht es grundsätzlich und nicht aus Misstrauen. Hier sind die Gurken und hier die Kirschen, hier die Birnen und hier die Aprikosen. Aber das alte Konfekt darf man nicht mehr aufstellen. Geschwind soll die Liese zum Zuckerbeck laufen und frisches Backwerk holen, drei Teller, und wenn er eine gute Torte hat, soll er sie auch gleich mitgeben. Aber Herr, Sie können ja dem einzigen Gaste nicht das alles aufrechnen. Das schlägt's beim besten Willen nicht heraus. Tut nichts. Es ist um die Ehre. Das bringt mich nicht um. Dafür soll ein großer Herr, wenn er durch unsere Stadt reist, sagen können, er habe ein ordentliches Essen gefunden, obgleich er ganz unerwartet und im Winter gekommen sei. Es soll nicht heißen wie von den Wirten zu Seldwil, die alles Gute selber fressen und den Fremden die Knochen vorsetzen. Also frisch, munter, sputet euch allerseits. Während dieser umständlichen Zubereitungen befand sich der Schneider in der peinlichsten Angst, da der Tisch mit glänzendem Zeuge gedeckt wurde, und so heiß sich der ausgehungerte Mann vor kurzem noch nach einiger Nahrung gesehnt hatte, so ängstlich wünschte er jetzt, der drohenden Mahlzeit zu entfliehen. Endlich faßte er sich einen Mut, nahm seinen Mantel um, setzte die Mütze auf und begab sich hinaus, um den Ausweg zu gewinnen. Da er aber in seiner Verwirrung und in dem weidläufigen Hause die Treppe nicht gleich fand, so glaubte der Kellner, den der Teufel beständig umhertrieb, jener suche eine gewisse Bequemlichkeit, rief, »Erlauben Sie gefälligst, mein Herr, ich werde Ihnen den Weg weisen!« und führte ihn durch einen langen Gang, der nirgend anders endigte, als vor einer schön lackierten Türe, auf welche eine zierliche Inschrift angebracht war. Also ging der Mantelträger ohne Widerspruch sanft wie ein Lämpchen dort hinein und schloß ordentlich hinter sich zu. Dort lehnte er sich bitterlich seufzend an die Wand und wünschte der goldenen Freiheit der Landstraße wieder teilhaftig zu sein, welche ihm jetzt so schlecht das Wetter war, als das höchste Glück erschien. Doch verwickelte er sich jetzt in die erste selbsttätige Lüge, weil er in dem verschlossenen Raume ein wenig verweilte, und betrat hiermit den abschüssigen Weg des Bösen. Unterdessen schrie der Wirt, der ihn gesehen hatte, im Mantel dahingehen, »Der Herr friert! Heizet mir ein im Saal! Wo ist die Liese, wo ist die Anne? Rasch einen Korb Holz in den Ofen und einige Hände voll Späne, daß es brennt! Zum Teufel sollen die Leute in der Waage im Mantel zu Tisch sitzen!« Und als der Schneider wieder aus dem langen Gange hervorgewandelt kam, melancholisch wie der umgehende Ahnherr eines Stammschlosses, begleitete er ihn mit hundert Komplimenten und Handreibungen wiederum in den verwünschten Saal hinein. Dort wurde er ohne ferneres Verweilen an den Tisch gebeten, der Stuhl zurechtgerückt, und da der Duft der kräftigen Suppe, dergleichen er lange nicht gerochen, ihn vollends seines Willens beraubte, so ließ er sich in Gottes Namen nieder und tauchte sofort den schweren Löffel in die braungoldene Brühe. In tiefem Schweigen erfrischte er seine matten Lebensgeister und wurde mit achtungsvoller Stille und Ruhe bedient. Als er den Teller geleert hatte und der Wirt sah, dass es ihm so wohl schmeckte, munterte er ihn höflich auf, noch einen Löffel vollzunehmen. Das sei gut bei dem rauen Wetter. Nun wurde die Forelle aufgetragen, mit Grünem begrenzt, und der Wirt legte ein schönes Stück vor. Doch der Schneider, von Sorgen gequält, wagte in seiner Blödigkeit nicht, das blanke Messer zu brauchen, sondern hantierte schüchtern und zimperlich mit der silbernen Gabel daran herum. Das bemerkte die Köchin, welche zur Türe hereinguckte, den großen Herrn zu sehen, und sie sagte zu den Umstehenden, »Gelobt sei Jesus Christ! Der weiß noch einen feinen Fisch zu essen, wie es sich gehört, der sägt nicht mit dem Messer in dem zarten Wiesen herum, wie wenn er ein Kalb schlachten wollte. Das ist ein Herr von großem Hause, darauf wollte ich schwören, wenn es nicht verboten wäre. Und wie schön und traurig er ist! Gewiß ist in ein armes Fräulein verliebt, das man ihm nicht lassen will. Ja, ja, die vornehmen Leute haben auch ihre Leiden.« Inzwischen sah der Wirt, daß der Gast nicht trank, und sagte er erbietig, »Der Herr mögen den Tischwein nicht? Befehlen Sie vielleicht ein Glas guten Bordeaux, den ich bestens empfehlen kann?« Da beging der Schneider den zweiten selbsttätigen Fehler, indem er aus Gehorsam »Ja« statt »Nein« sagte. Und alsobald verfügte sich der Wagwirt persönlich in den Keller, um eine ausgesuchte Flasche zu holen. Denn es lag ihm alles daran, daß man sagen könne, es sei was Rechtes im Ort zu haben. Als der Gast von dem eingeschenkten Weine wiederum aus bösem Gewissen ganz kleine Schlücklein nahm, lief der Wirt voll Freuden in die Küche, schnalzte mit der Zunge und rief, »Hol mich der Teufel, der versteht's, der schlürft meinen guten Wein auf die Zunge, wie man einen Dukaten auf die Goldfahge legt.« »Gelobt sei Jesus Christ«, sagte die Köchin, »ich hab's ja behauptet, daß er's versteht.« So nahm die Mahlzeit denn ihren Verlauf, und zwar sehr langsam, weil der arme Schneider immer zimperlich und unentschlossen aß und trank, und der Wirt, um ihm Zeit zu lassen, die Speisen genugsam stehen ließ. Trotzdem war es nicht der Rede wert, was der Gast bis jetzt zu sich genommen. Vielmehr begann der Hunger, der immerfort so gefährlich gereizt wurde, nun den Schrecken zu überwinden, und als die Pastete von Rebhühnern erschien, schlug die Stimmung des Schneiders gleichzeitig um, und ein fester Gedanke begann sich in ihm zu bilden. »Es ist jetzt einmal, wie es ist«, sagte er sich, von einem neuen Tröpflein Weines erwärmt und aufgestachelt. »Nun wäre ich ein Tor, wenn ich die kommende Schande und Verfolgung ertragen wollte, ohne mich dafür sattgegessen zu haben. Also vorgesehen, weil es noch Zeit ist. Das Türmchen, was sie da aufgestellt haben, dürfte leichtlich die letzte Speise sein, daran will ich mich halten, komme, was da wolle. Was ich einmal im Leibe habe, kann mir kein König wieder rauben.« Gesagt, getan. Mit dem Mut der Verzweiflung hieb er in die leckere Pastete, ohne an ein Aufhören zu denken, so daß sie in weniger als fünf Minuten zur Hälfte geschwunden war, und die Sache für die Abendherren sehr bedenklich zu werden begann. Fleisch, Trüffeln, Klößchen, Boden, Deckel, alles schlang er ohne Ansehen der Person hinunter, nur besorgt, sein Ränzchen vollzupacken, ehe das Verhängnis hereinbräche. Dazu trank er den Wein in tüchtigen Zügen und steckte große Brotbissen in den Mund. Kurz, es war eine so hastig belebte Einfuhr, wie wenn bei aufsteigendem Gewitter das Heu von der nahen Wiese gleich auf der Gabel in die Scheune geflüchtet wird. Abermals lief der Wirt in die Küche und rief, »Köchin, er isst die Pastete auf, während er den Braten kaum berührt hat, und den Bordeaux trinkt er in halben Gläsern.« »Wohl bekomm's ihm,« sagte die Köchin, »lassen Sie ihn nur machen, der weiß, was Rebhühner sind. Wäre er ein gemeiner Kerl, so hätte er sich an den Braten gehalten.« »Ich sag's auch,« meinte der Wirt. »Es sieht sich zwar nicht ganz elegant an, aber so hab ich, als ich zu meiner Ausbildung reiste, nur Generäle und Kapitelsherren essen sehen.« Unterdessen hatte der Kutscher die Pferde füttern lassen und selbst ein handfestes Essen eingenommen, in der Stube für das untere Volk, und da er Eile hatte, ließ er bald wieder anspannen. Die Angehörigen des Gasthofes zur Waage konnten sich nur nicht länger enthalten und fragten, ehe es zu spät wurde, den herrschaftlichen Kutscher geradezu, wer sein Herr da oben sei und wie er heiße. Der Kutscher, ein schalkhafter und durchtriebener Kerl, versetzte, »Hat er es noch nicht selbst gesagt?« »Nein!«, hieß es. Und er erwiderte, »Das glaube ich wohl. Der spricht nicht viel in einem Tage. Nun, es ist der Graf Strapinski. Er wird aber heut und vielleicht einige Tage hierbleiben, denn er hat mir befohlen, mit dem Wagen vorauszufahren.« Er machte diesen schlechten Spaß, um sich an dem Schneidelein zu rächen, das, wie er glaubte, statt ihm für seine Gefälligkeit ein Wort des Dankes und des Abschiedes zu sagen, sich ohne Umsehen in das Haus begeben hatte und den Herrn spielte. Seine Eulenspiegelei aufs Äußerste treibend bestieg er auch den Wagen, ohne nach der Zeche für sich und die Pferde zu fragen, schwang die Peitsche und fuhr aus der Stadt und alles ward so in der Ordnung befunden und dem guten Schneider aufs Kerbholz gebracht. Nun mußte es sich aber fügen, daß dieser, ein geborener Schlesier, wirklich Strapinski hieß. Wenzel, Strapinski. Mochte es nun ein Zufall sein, oder mochte der Schneider sein Wanderbuch im Wagen hervorgezogen, es dort vergessen und der Kutscher es zu sich genommen haben? Genug. Als der Wirt freudestrahlend und händereibend vor ihn hintrat und fragte, ob der Herr Graf Strapinski zum Nachtisch ein Glas alten Tokaja oder ein Glas Champagner nehme und ihm meldete, daß die Zimmer soeben bereitet würden, da erblaste der arme Strapinski, verwirrte sich von Neuem und erwiderte gar nichts. Höchst interessant, brummte der Wirt für sich, indem er abermals in den Keller eilte und aus besonderem Verschlage nicht nur ein Fläschchen Tokaja, sondern auch ein Krügelchen Boxbeutel holte und eine Champagnerflasche schlechthin unter dem Arm nahm. Bald sah Strapinski einen kleinen Wald von Gläsern vor sich, aus welchem der Champagnerkelch wie eine Pappel emporragte. Das glänzte, klingelte und duftete gar seltsam vor ihm. Und was noch seltsamer war, der arme, aber zierliche Mann griff nicht ungeschickt in das Wäldchen hinein und goß, als er sah, daß der Wirt etwas Rotwein in sein Champagner tat, einige Tropfen Tokaja in den seinigen. Inzwischen war der Stadtschreiber und der Notar gekommen, um den Kaffee zu trinken und das tägliche Spielchen um denselben zu machen. Bald kam auch der ältere Sohn des Hauses Häberlin und Kompanie, der Jüngere des Hauses Pütschli-Niewergeld, der Buchhalter einer großen Spinnerei, Herr Melchior Böhni. Allein statt ihre Partie zu spielen, gingen sämtliche Herren in weitem Bogen hinter dem polnischen Grafen herum, die Hände in den hinteren Rocktaschen, mit den Augen blinzelnd und auf den Stockzähnen lächelnd. Denn es waren diejenigen Mitglieder guter Häuser, welche ihr Leben lang zu Hause blieben, deren Verwandte und Genossen aber in aller Welt saßen, weswegen sie selbst die Welt sattsam zu kennen glaubten. Also das sollte ein polnischer Graf sein. Den Wagen hatten sie freilich von ihrem Kontorstuhl ausgesehen. Auch wußte man nicht, ob der Wirt den Grafen oder dieser jenen bewirtete. Doch hatte der Wirt bis jetzt noch keine dummen Streiche gemacht. Er war vielmehr als ein ziemlich schlauer Kopf bekannt, und so wurden denn die Kreise, welche die neugierigen Herren um den Fremden zogen, immer kleiner, bis sie sich zuletzt vertraulich an den gleichen Tisch setzten und sich auf gewandte Weise zu dem Gelager aus dem Stehgreif einluden, indem sie ohne weiteres um eine Flasche zu würfeln begannen. Doch tranken sie nicht zu viel, da es noch früh war. Dagegen galt es, einen Schluck trefflichen Kaffee zu nehmen und dem Polacken, wie sie den Schneider bereits heimlich nannten, mit gutem Rauchzeug aufzuwarten, damit er immer mehr röche, wo er eigentlich wäre. Darf ich dem Herrn Grafen eine ordentliche Zigarre anbieten? Ich habe sie von meinem Bruder auf Kuba direkt bekommen, sagte der eine. Die Herren Polen lieben auch eine gute Zigarette. Hier ist ein echter Tabak aus Smyrna, mein Kompagnon hat ihn gesendet, rief der Andere, indem er ein rotseidenes Beutelchen hinschob. Dieser aus Damaskus ist feiner, Herr Graf, rief der Dritte. Unser dortiger Prokurist selbst hat ihn für mich besorgt. Der Vierte streckte einen ungefügten Zigarrenbengel dar, in dem er schrie, wenn Sie etwas ganz ausgezeichnetes wollen, so versuchen Sie diese Pflanzerzigarre aus Virginien, selbstgezogen, selbstgemacht und durchaus nicht käuflich. Strapinski lächelte sauer süß, sagte nichts und war bald in feine Duftwolken gehüllt, welche von der hervorbrechenden Sonne lieblich versilbert wurden. Der Himmel entwölkte sich in weniger als einer Viertelstunde. Der schönste Herbstnachmittag trat ein. Es hieß, der Genuß der günstigen Stunde sei sich zu gönnen, da das Jahr vielleicht nicht viele solcher Tage mehr brächte. Und es wurde beschlossen, auszufahren, den fröhlichen Amtsrat auf seinem Gute zu besuchen, der erst vor wenigen Tagen gekeltert hatte und seinen neuen Wein den roten Sauser zu kosten. Pütschli Niewergelds Sohn sandte nach seinem Jagdwagen und bald schlugen seine jungen Eisenschimmel das Pflaster vor der Waage. Der Wirt selbst ließ ebenfalls anspannen, man lud den Grafen zuvorkommend ein, sich anzuschließen und die Gegend etwas kennen zu lernen. Der Wein hatte seinen Witz erwärmt. Er überdachte schnell, daß er bei dieser Gelegenheit am besten sich unbemerkt entfernen und seine Wanderung fortsetzen könne. Den Schaden sollten die törichten und zudringlichen Herren an sich selbst behalten. Er nahm daher die Einladung mit einigen höflichen Worten an und bestieg mit dem jungen Pütschli den Jagdwagen. Nun war es eine weitere Fügung, daß der Schneider, nachdem er auf seinem Dorfe schon als junger Bursch dem Gutsherren zuweilen Dienste geleistet, seine Militärzeit bei den Husaren abgedient hatte und demnach genugsam mit Pferden umzugehen verstand. Wie daher sein Gefährte höflich fragte, ob er vielleicht fahren möge, ergriff er sofort Zügel und Peitsche und fuhr in schulgerechter Haltung in raschem Trabe durch das Tor und auf der Landstraße dahin, so daß die Herren einander ansahen und flüsterten, es ist richtig, es ist jedenfalls ein Herr. In einer halben Stunde war das Gut des Amtsrates erreicht. Strapinski fuhr in einem prächtigen Haltbogen auf und ließ die feurigen Pferde aufs Beste anprallen. Man sprang von den Wagen, der Amtsrat kam herbei und führte die Gesellschaft ins Haus und also bald war auch der Tisch mit einem halben Dutzend Karaffen voll karneolfarigen Sausers besetzt. Das heiße, gärende Getränk wurde vorerst geprüft, belobt und so dann fröhlichen Angriff genommen, während der Hausherr im Hause die Kunde herumtrug, es sei ein vornehmer Graf da, ein Polacke und eine feinere Bewirtung vorbereitete. Mittlerweile teilte sich die Gesellschaft in zwei Partien, um das versäumte Spiel nachzuholen, da in diesem Lande keine Männer zusammen sein konnten, ohne zu spielen, wahrscheinlich aus angeborenem Tätigkeitstriebe. Strapinski, welcher die Teilnahme aus verschiedenen Gründen ablehnen mußte, wurde eingeladen zuzusehen, denn das schien ihnen immerhin der Mühe wert, da sie so viel Klugheit und Geistesgegenwart bei den Karten zu entwickeln pflegten. Er mußte sich zwischen beide Partien setzen, und sie legten es nun darauf an, geistreich und gewandt zu spielen und den Gast zu gleicher Zeit zu unterhalten. So saß er denn wie ein kränkelnder Fürst, vor welchem die Hofleute ein angenehmes Schauspiel aufführen und den Lauf der Welt darstellen. Sie erklärten ihm die bedeutendsten Wendungen, Handstreiche und Ereignisse, und wenn die eine Partei für einen Augenblick ihre Aufmerksamkeit ausschließlich dem Spiele zuwenden mußte, so führte die andere dafür um so angelegentlicher die Unterhaltung mit dem Schneider. Der beste Gegenstand düngte sie hierfür Pferde, Jagd und dergleichen. Strapinski wußte auch hier am besten Bescheid, denn er brauchte nur die Redensarten hervorzuholen, welche er einst in der Nähe von Offizieren und Gutsherren gehört, und die ihm schon dazu mal ausnehmend wohl gefallen hatten. Wenn er diese Redensarten auch nur sparsam mit einer gewissen Bescheidenheit und stets mit einem schwermütigen Lächeln vorbrachte, so erreichte er damit nur eine größere Wirkung. Wenn zwei oder drei von den Herren aufstanden und etwas zur Seite traten, so sagten sie, er ist ein vollkommener Junker. Nur Melchior Böhni, der Buchhalter, als ein geborener Zweifler, rieb sich vergnügt die Hände und sagte zu sich selbst, »Ich sehe es kommen, dass es wieder einen Golddacher Putsch gibt. Ja, er ist gewissermaßen schon da. Es war aber auch Zeit, denn schon sind's zwei Jahre seit dem letzten. Der Mann dort hat mir so wunderlich zerstochene Finger, vielleicht von Prager oder aus Trolenka her. Nun, ich werde mich hüten, den Verlauf zu stören.« Die beiden Partien waren nun zu Ende, auch das Sousergelüste der Herren gebüßt, und sie zogen nun vor, sich an den alten Weilen des Amtsrates ein wenig abzukühlen, die jetzt gebracht wurden. Doch war die Abkühlung etwas leidenschaftlicher Natur, in dem sofort, um nicht in schnöden Müßiggang zu verfallen, ein allgemeines Hazardspiel vorgeschlagen wurde. Man mischte die Karten, jeder warf einen Brabarnertaler hin, und als die Reihe an Strapinski war, konnte er nicht wohl seinen Fingerhut auf den Tisch setzen. »Ich habe nicht ein solches Geldstück,« sagte er errötend. Aber schon hatte Melchior Böhni, der ihn beobachtet, für ihn eingesetzt, ohne dass jemand darauf Acht gab, denn alle waren viel zu behaglich, als dass sie auf den Argwohn geraten wären, jemand in der Welt könne kein Geld haben. Im nächsten Augenblicke wurde dem Schneider, der gewonnen hatte, der ganze Einsatz zugeschoben. Verwirrt ließ er das Geld liegen, und Böhni besorgte für ihn das zweite Spiel, welches ein anderer gewann. So wie das dritte. Doch das vierte und fünfte gewann wiederum der Polacke, der allmählich aufwachte und sich in die Sache fand. Indem er sich still und ruhig verhielt, spielte er mit abwechselndem Glücke. Einmal kam er bis auf einen Thaler herunter, den er setzen mußte. Gewann wieder, und zuletzt, als man das Spiel satt bekam, besaß er einige Louis-Dor, mehr als er jemals in seinem Leben besessen, welche er, als er sah, daß jedermann sein Geld einsteckte, ebenfalls zu sich nahm. Nicht ohne Furcht, daß alles ein Traum sei. Böhni, welcher ihn fortwährend scharf betrachtete, war jetzt fast im Klaren über ihn, und dachte, den Teufel fährt der in einem vierspännigen Wagen. Weil er aber zugleich bemerkte, daß der rätselhafte Fremde keine Gier nach dem Gelde gezeigt, sich überhaupt bescheiden und nüchtern verhalten hatte, so war er nicht übel gegen ihn gesinnt, sondern beschloss, die Sache durchaus gehen zu lassen. Aber der Graf Strapinski, als man sich vor dem Abendessen im Freien erging, nahm jetzt seine Gedanken zusammen und hielt den rechten Zeitpunkt einer geräuschlosen Beurlaubung für gekommen. Er hatte ein artiges Reisegeld und nahm sich vor, dem Wirt zur Waage von der nächsten Stadt aus, sein aufgedrungenes Mittagsmahl zu bezahlen. Also schlug er seinen Radmantel malerisch um, drückte die Pelzmütze tiefer in die Augen und schritt unter einer Reihe von hohen Akazien in der Abendsonne langsam auf und nieder, das schöne Gelände betrachtend, oder vielmehr den Weg erspähend, den er einschlagen wollte. Er nahm sich mit seiner bewölkten Stirne, seinem lieblichen, aber schwermütigen Mundbärtchen, seinen glänzenden schwarzen Locken, seinen dunklen Augen, im Wehen seines faltigen Mantels vortrefflich aus. Der Abendschein und das Säuseln der Bäume über ihm erhöhte den Eindruck, so daß die Gesellschaft ihn von Ferne mit Aufmerksamkeit und Wohlwollen betrachtete. Allmählich ging er immer etwas weiter vom Hause hinweg, schritt durch ein Gebüsch, hinter welchem ein Feldweg vorüberging, und als er sich vor den Blicken der Gesellschaft gedeckt sah, wollte er eben mit festem Schritt ins Feld rücken, als um eine Ecke herum plötzlich der Amtsrat mit seiner Tochter Nettchen ihm entgegentrat. Nettchen war ein hübsches Fräulein, äußerst prächtig, etwas stutzerhaft gekleidet und mit Schmuck reichlich verziert. »Wir suchen Sie, Herr Graf«, rief der Amtsrat, »damit ich Sie erstens hier meinem Kinde vorstelle und zweitens, um Sie zu bitten, daß Sie uns die Ehre erweisen möchten, ein bisschen Abendbrot mit uns zu nehmen. Die anderen Herren sind bereits im Hause.« Der Wanderer nahm schnell seine Mütze vom Kopfe und machte ehrfurchtsvolle, ja furchtsame Verbeugungen von Rot übergossen. Denn eine neue Wendung war eingetreten. Ein Fräulein beschritt den Schauplatz der Ereignisse. Doch schadete ihm seine Blödigkeit und übergroße Ehererbietung nichts bei der Dame. Im Gegenteil, die Schüchternheit, Demut und Ehererbietung eines so vornehmen und interessanten jungen Edelmanns erschien ihr wahrhaft rührend, ja hinreißend. Da sieht man, fuhr es ihr durch den Sinn, je nobler, desto bescheidener und unverdorbener. Merkt es euch, ihr Herren Wildfänge von Goldach, die ihr vor jungen Mädchen kaum mehr den Hut berührt. Sie grüßte den Ritter daher auf das Holzseligste. Indem sie auch lieblich errötete und sprach sogleich hastig und schnell und vieles mit ihm, wie es die Art behaglicher Kleinstädterinnen ist, die sich den Fremden zeigen wollen. Strapinski hingegen wandelte sich in kurzer Zeit um. Während er bisher nichts getan hatte, um im geringsten in die Rolle einzugehen, die man ihm aufbürdete, begann er nun unwillkürlich etwas gesuchter zu sprechen und mischte allerhand polnische Brocken in die Rede. Kurz, das Schneiderblütchen einmal wirst du doch in deinem Leben etwas vorgestellt und neben einem solchen höheren Wesen gesessen haben. Es war in der Tat keine Kleinigkeit, eine Hand neben sich glänzend zu sehen, die von drei oder vier Armbändern klirrte und bei einem flüchtigen Seitenblick jedes Mal einen abenteuerlich und reizend frisierten Kopf, ein Heul des Erröten, einen vollen Augenaufschlag zu sehen. Denn er mochte tun oder lassen, was er wollte, alles wurde als ungewöhnlich und nobel ausgelegt und die Ungeschicklichkeit selbst als merkwürdige Unbefangenheit liebenswürdig befunden von der jungen Dame, welche sonst stundenlang über gesellschaftliche Verstöße zu plaudern wußte. Da man guter Dinge war, sangen ein paar Gäste Lieder, die in den Dreißigerjahren Mode waren. Der Graf wurde gebeten, ein polnisches Lied zu singen. Der Wein überwand seine Schüchternheit endlich, obschon nicht seine Sorgen. Er hatte einst einige Wochen im Polnischen gearbeitet und wußte einige polnische Worte, sogar ein Volksliedchen auswendig, ohne ihres Inhaltes bewußt zu sein, gleich einem Papagei. Also sang er mit edlem Wesen, mehr zaghaft als laut und mit einer Stimme, welche wie von einem geheimen Kummer leise zitterte, auf Polnisch Hunderttausend Schweinepferchen von der Desna bis zur Weichsel und Katinka, dieses Saumensch, geht im Schmutz bis an die Knöchel. Hunderttausend Ochsen brüllen auf Volhyniens grünen Weiden und Katinka, ja Katinka, glaubt, ich sei in sie verliebt. »Bravo, bravo«, riefen alle Herren mit den Händen klatschend und Nettchen sagte gerührt, »Ach, das Nationale ist immer so schön.« Glücklicherweise verlangte niemand die Übersetzung dieses Gesanges. Mit dem Überschreiten solchen Höhepunktes der Unterhaltung brach die Gesellschaft auf. Der Schneider wurde wieder eingepackt und sorgfältig nach Goldach zurückgebracht. Vorher hatte er versprechen müssen, nicht ohne Abschied davon zu reisen. Im Gasthof zur Waage wurde noch ein Glas Punsch genommen, jedoch Strapinski war erschöpft und verlangte nach dem Bette. Der Wirt selbst führte ihn auf seine Zimmer, deren Stattlichkeit er kaum mehr beachtete, obgleich er nur gewohnt war, in dürftigen Herbergskammern zu schlafen. Er stand ohne alle und jede Habseligkeit mitten auf einem schönen Teppich, als der Wirt plötzlich den Mangel an Gepäck entdeckte und sich vor die Stirne schlug. Dann lief er schnell hinaus, schellte, rief Kellner und Hausknecht herbei, Wort wechselte mit ihnen, kam wieder und beteuerte. »Es ist richtig, Herr Graf. Man hat vergessen, ihr Gepäck abzuladen. Auch das Notwendigste fehlt.« »Auch das kleine Paketchen, das im Wagen lag?« fragte Strapinski ängstlich, weil er an ein handgroßes Bündlein dachte, welches er auf dem Sitze hatte liegen lassen, und das ein Schnupftuch, eine Haarbürste, einen Kamm, ein Büchschen Pomade und einen Stängel Bartwichse enthielt. »Auch dieses fehlt! Es ist gar nichts da!« sagte der gute Wirt erschrocken, weil er darunter etwas sehr Wichtiges vermutete. »Man muß dem Kutscher sogleich einen Expressen nachschicken,« rief er eifrig. »Ich werde das besorgen.« Doch der Herr Graf fiel ihm ebenso erschrocken in den Arm und sagte bewegt, »Lassen Sie! Es darf nicht sein! Man muß meine Spur verlieren für einige Zeit,« setzte er hinzu, selbst betreten über diese Erfindung. Der Wirt ging erstaunt zu den Punsch trinkenden Gästen, erzählte ihnen den Fall und schloss mit dem Ausspruche, daß der Graf unzweifelhaft ein Opfer politischer oder der Familienverfolgung sein müsse. Denn um eben diese Zeit wurden viele Polen und andere Flüchtlinge wegen gewaltsamer Unternehmungen des Landes verwiesen. Andere wurden von fremden Agenten beobachtet und umgarnt. Strapinski aber tat einen guten Schlaf und als er spät erwachte, sah er zunächst den prächtigen Sonntagsschlafrock des Wagwirtes über einen Stuhl gehängt, ferne ein Tischchen mit allem möglichen Toilettenwerkzeug bedeckt. Sodann harten eine Anzahl Dienstboten um Körbe und Köffer angefüllt mit feiner Wäsche, mit Kleidern, mit Zigarren, mit Büchern, mit Stiefeln, mit Schuhen, mit Sporen, mit Reitpeitschen, mit Pelzen, mit Mützen, mit Hüten, mit Socken, mit Ströcken, mit Pfeifen, mit Flöten und Geigen abzugeben, von Seiten der gestrigen Freunde mit der angelegentlichen Bitte, sich dieser Bequemlichkeiten einstweilen bedienen zu wollen. Da sie die Vormittagsstunden unabänderlich in ihren Geschäften verbrachten, ließen sie ihre Besuche auf die Zeit nach Tisch ansagen. Diese Leute waren nichts weniger als lächerlich oder einfältig, sondern umsichtige Geschäftsmänner, mehr schlau als vernagelt. Allein, da ihre wohlbesorgte Stadt klein war und es ihnen manchmal langweilig darin vorkam, waren sie stets begierig auf eine Abwechslung, ein Ereignis, einen Vorgang, dem sie sich ohne Rückhalt hingaben. Der vierspännige Wagen, das Aussteigen des Fremden, sein Mittagessen, die Aussage des Kutschers, waren so einfache und natürliche Dinge, daß die Goldacher, welche keine müßigen Argwohn nachzuhängen pflegten, ein Ereignis darauf aufbauten, wie auf einen Felsen. Als Strapinski das Warenlager sah, das sich vor ihm ausbreitete, war seine erste Bewegung, daß er in seine Tasche griff, um zu erfahren, ob er träume oder wache. Wenn sein Fingerhut dort noch in seiner Einsamkeit weilte, so träumte er. Aber nein, der Fingerhut wohnte traulich zwischen dem gewonnenen Spielgelde und scheuerte sich freundschaftlich an den Talern. So ergab sich auch sein Gebieter wiederum in das Ding und stieg von seinen Zimmern herunter auf die Straße, um sich die Stadt zu besehen, in welcher es ihm so wohl erging. Unter der Küchentüre stand die Köchin, welche ihm einen tiefen Knicks machte und ihm mit neuem Wohlgefallen nachsah. Auf dem Flur und an der Haustüre standen andere Hausgeister, alle mit der Mütze in der Hand, und Strapinski schritt mit gutem Anstand und doch bescheiden hinaus, seinen Mantel sitzern zusammennehmend. Das Schicksal machte ihn mit jeder Minute größer. Ende Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Stefan Schmelz München Kleider machen Leute Von Gottfried Keller Teil 2 Mit ganz anderer Miene besah er sich die Stadt, als wenn er um Arbeit darin ausgegangen wäre. Dieselbe bestand größtenteils aus schönen, festgebauten Häusern, welche alle mit steinernen oder gemalten Sinnbildern geziert und mit einem Namen versehen waren. In diesen Benennungen war die Sitte der Jahrhunderte deutlich zu erkennen. Das Mittelalter spiegelte sich ab in den ältesten Häusern oder in den Neubauten, welche an deren Stelle getreten, aber den alten Namen behalten aus der Zeit der kriegerischen Schuld heiße und der Märchen. Da hieß es zum Schwert zum Eisenhut zum Harnisch zur Armbrust zum Blauen Schild zum Schweizer Degen zum Ritter zum Büchsenstein zum Türken zum Meerwunder zum Goldenen Drachen zur Linde zum Pilgerstab zur Wasserfrau zum Paradiesvogel zum Granatbaum zum Kempel zum Einhorn und dergleichen. Die Zeit der Aufklärung und der Philanthropie war deutlich zu lesen in moralischen Begriffen, welche in schönen Goldbuchstaben über den Haustüren erglänzten, wie zur Eintracht zur Redlichkeit zur alten Unabhängigkeit zur neuen Unabhängigkeit zur Bürgertugend A zur Bürgertugend B zum Vertrauen zur Liebe zur Hoffnung zum Wiedersehen 1 und 2 zum Frohsinn zur inneren Redlichkeit zur äußeren Rechtlichkeit zum Landeswohl ein reinliches Häuschen, in welchem hinter einem Kanarienkäfig ganz mit Kresse behängt eine freundliche alte Frau saß mit einer weißen Zipfelhaube und Garnhaspelte zur Verfassung unten hauste ein Bötticher, welcher eifrig und mit großem Geräusch kleine Eimer und Fässchen mit Reifen einfaßte und unablässig klopfte ein Haus hieß schauerlich zum Tod ein verwaschenes Gerippe erstreckte sich von unten bis oben zwischen den Fenstern hier wohnte der Friedensrichter im Hause zur Geduld wohnte der Schuldenschreiber ein ausgehungertes Jammerbild da in dieser Stadt keiner dem anderen etwas schuldig blieb endlich verkündete sich an den neuesten Häusern die Poesie der Fabrikanten Bankiere und Spediteure und ihrer Nachahmer in den wohlklingenden Namen Rosenthal Morgenthal Sonnenberg Feilchenburg Jugendgarten Freudenberg Henriettental Zorkamilia Wilhelminenburg und so weiter die an Frauennamen gehängten Täler und Burgen bedeuteten für den Kundigen immer ein schönes Weibergut An jeder Straßenecke stand ein alter Turm mit reichem Uhrwerk buntem Dach und zierlich vergoldeter Windferne Diese Türme waren sorgfältig erhalten denn die Goldacher erfreuten sich der Vergangenheit und der Gegenwart und taten auch recht daran Die ganze Herrlichkeit war aber von der alten Ringmauer eingefaßt welche obwohl nichts mehr nütze dennoch zum Schmucke beibehalten wurde da sie ganz mit dichtem alten Efeu überwachsen war und so die kleine Stadt mit einem immergrünen Kranze umschloß Alles dieses machte einen wunderbaren Eindruck auf Strapinski Er glaubte sich in einer anderen Welt zu befinden denn als er die Aufschriften der Häuser las dergleichen er noch nicht gesehen war er der Meinung sie bezögen sich auf die besonderen Geheimnisse und Lebensweisen jedes Hauses und es sehe hinter jeder Haustüre wirklich so aus wie die Überschrift angab so daß er in eine Art von moralischen Utopien hineingeraten wäre So war er geneigt zu glauben die wunderliche Aufnahme welche er gefunden hängte hiermit in Zusammenhang so daß zum Beispiel das Sinnbild der Waage in welcher er wohnte bedeute daß dort das ungleiche Schicksal abgewogen und ausgeglichen und zuweilen ein reisender Schneider zum Grafen gemacht würde er geriet auf seiner Wanderung auch vor das Tor und wie er nun so über das freie Feld hinblickte meldete sich zum letzten Male der pflichtgemäße Gedanke seinen Weg unverweilt fortzusetzen die Sonne schien die Straße war schön fest nicht zu trocken und auch nicht zu nass zum Wandern wie gemacht Reisegeld hatte er nun auch so daß er angenehm einkehren konnte wo er Lust dazu verspürte und kein Hindernis war zu erspähen da stand er nun gleich dem Jüngling am Scheidewege auf einer wirklichen Kreuzstraße aus dem Lindenkranze welcher die Stadt umgab stiegen gastliche Rauchsäulen die goldenen Turmknöpfe funkelten lockend aus den Baumwipfeln Glück Genuß und Verschuldung ein geheimnisvolles Schicksal winkten dort von der Feldseite her aber glänzte die freie Ferne Arbeit Entbehrung Armut Dunkelheit harten dort aber auch ein gutes Gewissen und ein ruhiger Wandel dieses fühlend wollte er denn auch entschlossen ins Feld abschwenken im gleichen Augenblicke rollte ein rasches Fuhrwerk heran es war das Fräulein von gestern welches mit wehendem blauem Schleier ganz allein in einem schmucken leichten Fuhrwerk saß ein schönes Pferd regierte und nach der Stadt fuhr sobald Strapinski nur an seine Mütze griff und dieselbe demütig vor seine Brust nahm in seiner Überraschung verbeugte sich das Mädchen rasch errötend gegen ihn aber überaus freundlich und fuhr in großer Bewegung das Pferd zum Galopp antreibend davon Strapinski aber machte unwillkürlich ganze Wendung und kehrte getrost nach der Stadt zurück noch an demselben Tage galoppierte er auf dem besten Pferde der Stadt an der Spitze einer ganzen Reitersgesellschaft durch die Allee welche um die grüne Ringmauer führte und die fallenden Blätter der Linden tanzten wie ein goldener Regen um sein verklärtes Haupt Nun war der Geist in den Gefahren Mit jedem Tage wandelte er sich gleich einem Regenbogen der Zusehens bunter wird an der vorbrechenden Sonne Er lernte in Stunden in Augenblicken was andere nicht in Jahren da es in ihm gesteckt hatte wie das Farbenwesen im Regentropfen Er beachtete wohl die Sitten seiner Gastfreunde und bildete sie während des Beobachtens zu einem Neuen und Fremdartigen um Besonders suchte er abzulauschen was sie sich eigentlich unter ihm dächten und was für ein Bild sie sich von ihm gemacht Dies Bild arbeitete er weiter aus nach seinem eigenen Geschmacke zur vergnüglichen Unterhaltung der einen welche gern etwas Neues sehen wollten und zur Bewunderung der anderen besonders der Frauen welche nach erbaulicher Anregung dürsteten So ward er rasch zum Helden eines artigen Romanes an welchem er gemeinsam mit der Stadt und liebevoll arbeitete dessen Hauptbestandteil aber immer noch das Geheimnis war Bei all dem erlebte Strapinski was er in seiner Dunkelheit früher nie gekannt Eine schlaflose Nacht um die andere Und es ist mit Tadel hervorzuheben daß es ebenso viel die Furcht vor der Schande als armer Schneider entdeckt zu werden und dazustehen als das ehrliche Gewissen war was ihm den Schlaf raubte Sein angeborenes Bedürfnis etwas Zierliches und Außergewöhnliches vorzustellen wenn auch nur in der Wahl der Kleider hatte ihn in diesen Konflikt geführt und brachte jetzt auch jene Furcht hervor und sein Gewissen war nur insofern mächtig daß er beständig den Vorsatz näherte bei guter Gelegenheit einen Grund zur Abreise zu finden und dann durch Lotteriespiel und dergleichen die Mittel zu gewinnen aus geheimnisvoller Ferne alles zu vergüten um was er die gastfreundlichen Goldache gebracht hatte er ließte er ließ sich auch schon reichte jenen reichte jenen Rettungsgedanken auszuführen er war bereits nicht mehr erstaunt über sein Glück das sich von selbst zu verstehen schien fühlte sich aber doch erleichtert und besonders dem guten Waagwirt gegenüber beruhigt welchen er seines guten Essens wegen sehr wohl leiden mochte anstatt aber kurz abzubinden seine Schulden geradeaus zu bezahlen und abzureisen gedachte er wie er sich vorgenommen eine kurze Geschäftsreise vorzugeben dann aber von irgendeiner großen Stadt aus zu melden daß das unerbittliche Schicksal ihm verbiete je wiederzukehren dabei wolle er seinen Verbindlichkeiten nachkommen ein gutes Andenken hinterlassen und seinem Schneiderberuf für sich aufs Neue und mit mehr Umsicht und Glück widmen oder auch sonst einen anständigen Lebensweg erspähen am liebsten wäre er freilich auch als Schneidermeister in Goldach geblieben und hätte jetzt die Mittel gehabt sich da ein bescheidenes Auskommen zu begründen allein es war klar daß er hier nur als Graf leben konnte wegen des sichtlichen Vorzuges und Wohlgefallens dessen er sich bei jeder Gelegenheit von Seiten des schönen Nettchens zu erfreuen hatte waren schon manche Redensarten im Umlauf und er hatte sogar bemerkt daß das Fräulein hin und wieder die Gräfin genannt wurde wie konnte er diesem Wesen nun eine solche Entwicklung bereiten wie konnte er das Schicksal das ihn gewaltsam so erhöht hatte so frevelhaft Lügen strafen und sich selbst beschämen er hatte von seinem Lotteriemann genannt Bankier einen Wechsel bekommen welchen er bei einem Goldacher Haus einkassierte diese Verrichtung bestärkte abermals die günstigen Meinungen über seine Person und Verhältnisse da die soliden Handelsleute nicht im Entferntesten an einen Lotterieverkehr dachten an demselben Tage nun begab sich Strapinski auf einen stattlichen Ball zu dem er geladen war in tiefes einfaches schwarz gekleidet erschien er und verkündete sogleich den ihn Begrüßenden daß er genötigt sei zu verreisen in zehn Minuten war die Nachricht der ganzen Versammlung bekannt und Nettchen deren Anblick Strapinski suchte schien wie erstarrt seinen Blicken auszuweichen bald rot bald blass werdend dann tanzte sie mehrmals hintereinander mit jungen Herren setzte sich zerstreut und schnell atmend und schlug eine Einladung des Polen der endlich herangetreten war mit einer kurzen Verbeugung aus ohne ihn anzusehen seltsam aufgeregt und bekümmert ging er hinweg nahm seinen famosen Mantel um und schritt mit wehenden Locken in einem Gartenwege auf und nieder es wurde ihm nun klar daß er eigentlich nur dieses Wesens halber so lange dageblieben sei daß die unbestimmte Hoffnung doch wieder in ihre Nähe zu kommen ihn unbewußt belebte daß aber der ganze Handel eben eine Unmöglichkeit darstelle von der verzweifelsten Art wie er so dahinschritt hörte er rasche Tritte hinter sich leichte doch unruhig bewegte Nettchen ging an ihm vorüber und schien nach einigen ausgerufenen Worten zu urteilen nach ihrem Wagen zu suchen obgleich derselbe auf der anderen Seite des Hauses stand und hier nur Winterkohlköpfe und eingewickelte Rosenbäumchen den Schlaf der Gerechten verträumten dann kam sie wieder zurück und da er jetzt mit klopfendem Herzen ihr im Wege stand und bittend die Hände nach ihr ausstreckte fiel sie ihm ohne weiteres um den Hals und fing jämmerlich an zu weinen er bedeckte ihre glühenden Wangen mit seinen fein duftenden dunklen Locken und sein Mantel umschlug die schlanke stolze schneeweiße Gestalt des Mädchens wie mit schwarzen Adlerflügeln es war ein wahrhaft schönes Bild das seine Berechtigung ganz allein in sich selbst zu tragen schien Strapinski aber verlor in diesem Abenteuer seinen Verstand und gewann das Glück das öfter den Unverständigen hold ist Nettchen eröffnete ihrem Vater noch in selbiger Nacht beim Nachhausefahren daß kein anderer als der Graf der ihrige sein werde dieser erschien am Morgen in aller Frühe um bei dem Vater liebenswürdig schüchtern und melancholisch wie immer um sie zu werben und der Vater hielt folgende Rede so hat sich so hat sich denn das Schicksal und der Wille dieses törichten Mädchens erfüllt schon als Schwulkind behauptete sie fortwährend nur einen Italiener oder einen Polen einen großen Pianisten oder einen Räuberhauptmann mit schönen Locken heiraten zu wollen und nun haben wir die Bescherung alle inländischen wohlmeinenden Anträge hat sie ausgeschlagen noch neulich musste ich den gescheiten und tüchtigen Melchior Böni heimschicken der noch große Geschäfte machen wird und sie hat ihn noch schrecklich verhöhnt weil er nur ein rötliches Backenbärtchen trägt und aus einem silbernen Döschen schnupft nun Gott sei Dank ist ein polnischer Graf da aus wildester Ferne nehmen sie die Gans Herr Graf und schicken sie mir dieselbe wieder wenn sie in ihrer Polakai friert und einst unglücklich wird und heult nun was würde die selige Mutter für ein Entzücken genießen wenn sie noch erlebt hätte daß das verzogene Kind eine Gräfin geworden ist nun gab es große Bewegung in wenigen Tagen sollte rasch die Verlobung gefeiert werden denn der Amtsrat behauptete daß der künftige Schwiegersohn sich in seinen Geschäften und vorhabenden Reisen nicht durch Heiratssachen dürfe aufhalten lassen sondern diese durch die Beförderung jener beschleunigen müsse Strapinski brachte zur Verlobung Brautgeschenke welche ihn die Hälfte seines zeitlichen Vermögens kosteten die andere Hälfte verwandte er zu einem Feste das er seiner Braut geben wollte es war eben fast Nachtszeit und bei hellem Himmel ein verspätetes glänzendes Winterwetter die Landstraßen boten die prächtigste Schlittenbahn wie sie nur selten entsteht und sich hält und Herr von Strapinski veranstaltete darum eine Schlittenfahrt und einen Ball in dem für solche Feste beliebten stattlichen Gasthause welches auf einer Hochebene mit der schönsten Aussicht gelegen war etwa zwei gute Stunden entfernt und genau in der Mitte zwischen Goldach und Seldvila um diese Zeit geschah es dass Herr Melchior Böni in der letzteren Stadt Geschäfte zu besorgen hatte und daher einige Tage vor dem Winterfest in einem leichten Schlitten dahinfuhr seine beste Zigarre rauchend und es geschah ferner dass die Seldvila auf den gleichen Tag wie die Goldacher auch eine Schlittenfahrt verabredeten nach dem gleichen Orte und zwar eine kostümierte oder Maskenfahrt so fuhr denn der Goldacher Schlittenzug gegen die Mittagsstunde und das Schellenklang, Posthorn, Tönen und Peitschenknall durch die Straßen der Stadt, daß die Sinnbilder der alten Häuser erstaunt herniedersahen, und zum Tore hinaus. Im ersten Schlitten saß Strapinski mit seiner Braut, in einem polnischen Überrock von grünem Sammet, mit Schnüren besetzt und schwer mit Pelz verbrämt und gefüttert. Nettchen war ganz in weißes Pelzwerk gehüllt, blaue Schleier schützten ihr Gesicht gegen die frische Luft und gegen den Schneeglanz. Der Amtsrat war, der Amtsrat war durch irgendein plötzliches Ereignis verhindert worden, mitzufahren, doch war es sein Gespann und sein Schlitten, in welchem sie fuhren, ein vergoldetes Frauenbild als Schlittenzieherat vor sich, die Fortuna vorstellend. Denn die Stadtwohnung des Amtsrates hieß zur Fortuna. Ihnen folgten 15 bis 16 Gefährte mit je einem Herrn und einer Dame, alle geputzt und lebensfroh, aber keines der Paare so schön und stattlich wie das Brautpaar. Die Schlitten trugen wie die Meerschiffe ihre Galleons immer das Sinnbild des Hauses, dem jeder angehörte, sodass das Volk rief, »Seht, da kommt die Tapferkeit! Wie schön ist die Tüchtigkeit! Die Verbesserlichkeit scheint neu lackiert zu sein und die Sparsamkeit frisch vergoldet. Ah, der Jakobsbrunnen und der Teich Bethesda!« Im Teiche Bethesda, welcher als bescheidener Einspänner den Zug schloß, kutschierte Melchior Böhni, still und vergnügt. Als Gaglion seines Fahrzeugs hatte er das Bild eines jüdischen Männchens vor sich, welcher an besagtem Teiche dreißig Jahre auf sein Heil gewartet. So segelte dann das Geschwader im Sonnenschein dahin und erschien bald auf der weithin schimmernden Höhe, dem Ziele sich nahend. Da ertönte gleichzeitig von der entgegengesetzten Seite lustige Musik. Aus einem duftig bereiften Walde heraus brach ein Wirrwarr von bunten Farben und Gestalten und entwickelte sich zu einem Schlittenzug, welcher hoch am weißen Feldrande sich auf den blauen Himmel zeichnete und ebenfalls nach der Mitte der Gegend hinglitt von abenteuerlichem Anblick. Es schienen meistens große bäuerliche Laststätten zu sein, hier zwei zusammengebunden, um als sonderlichen Gebilden und Schaustellungen zur Unterlage zu dienen. Auf dem vordersten Fuhrwerke ragte eine kolossale Figur empor, die Göttin Fortuna vorstellend, welche in den Äther hinaus zu fliegen schien. Es war eine riesenhafte Strohpuppe voll schimmernden Flittergoldes, dessen Gasegewänder in der Luft flatterten. Auf dem zweiten Gefährte aber fuhr ein ebenso riesenmäßiger Ziegenbock einher, schwarz und düster abstechend und mit gesenkten Hörnern der Fortuna nachjagend. Hierauf folgte ein seltsames Gerüste, welches sich als ein fünfzehn Schuh hohes Bügeleisen darstellte, dann eine gewaltig schnappende Schere, welche mittelst einer Schnur auf- und zugeklappt wurde und das Himmelszelt für einen blauseidenden Westenstoff anzusehen schien. Andere solche landläufige Anspielungen auf das Schneiderwesen folgten noch, und zu Füßen aller dieser Gebilde saß auf den geräumigen, je von vier Pferden gezogenen Schlitten, die Seltwiler Gesellschaft in buntester Tracht, mit lautem Gelächter und Gesang. Als beide Züge gleichzeitig auf dem Platze vor dem Gasthause auffuhren, gab es demnach einen geräuschvollen Auftritt und ein großes Gedränge von Menschen und Pferden. Die Herrschaften von Goldach waren überrascht und erstaunt über die abenteuerliche Begegnung. Die Seltwiler dagegen stellten sich vorerst gemütlich und freundschaftlich bescheiden. Ihr vorderster Schlitten mit der Fortuna druckt die Inschrift »Leute machen Kleider«, und so ergab es sich denn, dass die ganze Gesellschaft lauter Schneidersleute von allen Nationen und aus allen Zeitaltern darstellte. Es war gewissermaßen ein historisch-ethnografischer Schneider-Festzug, welcher mit der umgekehrten und ergänzenden Inschrift abschloss »Kleider machen Leute«. In dem letzten Schlitten mit dieser Überschrift saßen nämlich, als das Werk der vorausgefahrenen heidnischen und christlichen Naht beflissenen aller Art, ehrwürdige Kaiser und Könige, Ratsherren und Stabsoffiziere, Prelaten und Stiftsdamen in höchster Gravität. Diese Schneiderwelt wußte sich gewandt aus dem Wirrwarr zu ordnen und ließ die Goldacher Herren und Damen, das Brautpaar an deren Spitze, bescheiden ins Haus spazieren, um nachher die unteren Räume desselben, welche für sie bestellt waren, zu besetzen, während jene die breite Treppe empor nach dem großen Festsaal rauschten. Die Gesellschaft des Herrn Grafen fand dies Benehmen schicklich, und ihre Überraschung verwandelte sich in Heiterkeit und beifälliges Lächeln über die unverwüstliche Laune der Seldwiler. Nur der Graf selbst hegte gar dunkle Empfindungen, die ihm nicht behagten, obgleich er in der jetzigen Voreingenommenheit seiner Seele keinen bestimmten Argwohn verspürte und nicht einmal bemerkt hatte, woher die Leute gekommen waren. Melchior Böni, der seinen Teig Bettes da sorglich beiseitegebracht hatte und sich aufmerksam in der Nähe Strapinskis befand, nannte laut, daß dieser es hören konnte, eine ganz andere Ortschaft als den Ursprungsort des Marzenzuges. Bald saßen beide Gesellschaften, jegliche auf ihrem Stockwerk, an den gedeckten Tafeln und gaben sich fröhlichen Gesprächen und Scherzreden hin, in Erwartung weiterer Freuden. Die kündigten sich denn auch für die Goldacher an, als sie paarweise in den Tanzsaal hinüberschritten und dort die Musiker schon ihre Geigen stimmten. Wie nun aber alles im Kreise stand und sich zum Reihen ordnen wollte, erschien eine Gesandtschaft der Seldwiler, welche das Freund nachbarliche Gesuch und Anerbieten vortrug, den Herren und Frauen von Goldach einen Besuch abstatten zu dürfen und ihnen zum Ergötzen einen Schautanz aufzuführen. Dieses Anerbieten konnte nicht wohl zurückgewiesen werden. Auch versprach man sich von den lustigen Seldwilern einen tüchtigen Spaß und setzte sich daher nach der Anordnung der besagten Gesandtschaft in einem großen Halbring, in dessen Mitte Strapinski und Nettchen glänzten gleich fürstlichen Sternen. Nun traten allmählich jene besagten Schneidergruppen nacheinander ein. Jede führte in zierlichem Gebärdenspiel den Satz »Leute machen Kleider« und dessen Umkehrung durch, indem sie erst mit Emsigkeit irgendein stattliches Kleidungsstück, einen Fürstenmantel, Priesterthalat und dergleichen anzufertigen schien und sodann eine dürftige Person damit bekleidete, welche, urplötzlich umgewandelt, sich in höchstem Ansehen aufrichtete und nach dem Takte der Musik feierlich einherging. Auch die Tierfabel wurde in diesem Sinne in Szene gesetzt, da eine gewaltige Krähe erschien, die sich mit Pfauenfedern schmückte und quakend umherhupfte, ein Wolf, der sich einen Schafspelz zurechtschneiderte, schließlich ein Esel, der eine furchtbare Löwenhaut von Werk trug und sich heroisch damit trapierte, wie mit einem Caronari-Mantel. Alle, die so erschienen, traten nach vollbrachter Darstellung zurück und machten allmählich so den Halbkreis der Goldacher zu einem weiten Ring von Zuschauern, dessen innerer Raum endlich leer ward. In diesem Augenblicke ging die Musik in eine wehmütige, ernste Weise über und zugleich beschritt eine letzte Erscheinung den Kreis, dessen Augen sämtlich auf sie gerichtet waren. Es war ein schlanker junger Mann in dunklem Mantel, dunklen schönen Haaren und mit einer polnischen Mütze. Es war niemand anders als der Graf Strapinski, wie er an jenem Novembertage auf der Straße gewandert und den verhängnisvollen Wagen bestiegen hatte. Die ganze Versammlung blickte lautlos gespannt auf die Gestalt, welche feierlich schwermütig einige Gänge nach dem Takte der Musik umher trat, dann in die Mitte des Ringes sich begab, den Mantel auf den Boden breitete sich schneidermäßig darauf niedersetzte und anfing, ein Bündel auszupacken. Er zog einen beinahe fertigen Grafenrock hervor, ganz wie ihn Strapinski in diesem Augenblicke trug, nähte mit großer Hast und Geschädlichkeit Troddeln und Schnüre darauf und bügelte ihn schulgerecht aus, indem er das scheinbar heiße Bügeleisen mit nassen Fingern prüfte. Dann richtete er sich langsam auf, zog seinen fadenscheinigen Rock aus und das Prachtkleid an, nahm ein Spiegelchen, kämmte sich und vollendete seinen Anzug, das er endlich als das leibhaftige Ebenbild des Grafen dastand. Unversehens ging die Musik in eine rasche, mutige Weise über. Der Mann wickelte seine sieben Sachen in den alten Mantel und warf das Pack weit über die Köpfe der Anwesenden hinweg in die Tiefe des Saales, als wollte er sich ewig von seiner Vergangenheit trennen. Hierauf beging er als stolzer Weltmann in stattlichen Tanzschritten den Kreis, hie und da sich vor den Anwesenden Huldreich verbeugend, bis er vor das Brautpaar gelangte. Plötzlich faßte er den Polen, ungeheuer überrascht, fest ins Auge, stand als eine Säule vor ihm still, während gleichzeitig wie auf Verabredung die Musik aufhörte und eine fürchterliche Stille wie ein stummer Blitz einfiel. »Ei, ei, ei!« rief er mit weitenvernehmlicher Stimme und reckte den Arm gegen den Unglücklichen aus. »Sieh da den Bruder Schlesier, den Wasserpolacken, der mir aus der Arbeit gelaufen ist, weil er wegen einer kleinen Geschäftsschwankung glaubte, es sei zu Ende mit mir. Nun, es freut mich, dass es Ihnen so lustig geht und Sie hier so fröhliche Fastnacht halten. Stehen Sie in Arbeit zu Goldach?« Zugleich gab er dem bleich und lächelnd dasitzenden Grafensohn die Hand, welche dieser willenlos ergriff wie eine feurige Eisenstange, während der Doppelgänger rief, »Kommt, Freunde, seht hier unseren sanften Schneidergesellen, der wie ein Raphael aussieht, und unseren Dienstmägten auch der Pfarrerstochter, so wohl gefiel, die freilich ein bisschen übergeschnappt ist.« Nun kamen die Sildwiler Leute alle herbei und drängten sich um Strapinski und seinen ehemaligen Meister, indem sie ersterem treuherzig die Hand schüttelten, daß er auf seinem Stuhle schwankte und zitterte. Gleichzeitig setzte die Musik wieder ein, mit einem lebhaften Marsch. Die Sildwiler, so wie sie an dem Brautpaar vorüber waren, ordneten sich zum Abzuge und marschierten unter Absingung eines wohl einstudierten diabolischen Lachchors aus dem Saale, während die Goldacher, unter welchen Böhni die Erklärung des Mirakels blitzschnell zu verbreiten gewußt hatte, durcheinanderliefen und sich mit den Sildwilern kreuzten, so daß es einen großen Tumult gab. Als dieser sich endlich legte, war auch der Saal beinahe leer. Wenige Leute standen an den Wänden und flüsterten verlegen untereinander. Ein paar junge Damen hielten sich in einiger Entfernung von Nettchen, unschlüssig, ob sie sich derselben nähern sollten oder nicht. Das Paar aber saß unbeweglich auf seinen Stühlen, gleich einem steinernen ägyptischen Königspaar, ganz still und einsam. Man glaubte, den unabsehbaren, glühenden Wüstensand zu fühlen. Nettchen, weiß wie ein Marmor, wendete das Gesicht langsam nach ihrem Bräutigam und sah ihn seltsam von der Seite an. Ende Teil 2 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Kleider machen Leute Von Gottfried Keller Letzter Teil Da stand er langsam auf und ging mit schweren Schritten hinweg, die Augen auf den Boden gerichtet, während große Tränen aus denselben fielen. Er ging durch die Goldacher und Seldwiler, welch die Treppen bedeckten, hindurch wie ein Toter, der sich gespenstisch von einem Jahrmarkt stiehlt. Und sie ließen ihn seltsamerweise auch wie einen solchen passieren, indem sie ihm still auswichen, ohne zu lachen oder harte Worte nachzurufen. Er ging auch zwischen den zur Abfahrt gerüsteten Schlitten und Pferden von Goldach hindurch, indessen die Seldwiler sich in ihrem Quartiere erst noch recht belustigten. Und er wandelte halb unbewußt, nur in der Meinung, nicht mehr nach Goldach zurückzukommen, dieselbe Straße gegen Seldwiler hin, auf welche er vor einigen Monaten hergewandert war. Bald verschwand er in der Dunkelheit des Waldes, durch welchen sich die Straße zog. Er war barhäuptig, in seiner Polenmütze war im Fenstersimse des Tanzsaales liegen geblieben, nebst den Handschuhen. Und so schritt er den gesenkten Hauptes und die frierenden Hände unter die gekreuzten Arme bergend vorwärts, während seine Gedanken sich allmählich sammelten und zu einigem Erkennen gelangten. Das erste deutliche Gefühl, dessen er inne wurde, war dasjenige einer ungeheuren Schande, gleich wie wenn er ein wirklicher Mann von Rang und Ansehen gewesen und nun infam geworden wäre durch Hereinbrechen eines verhängnisvollen Unglückes. Dann löste sich dieses Gefühl aber auf in einer Art Bewusstsein erlittenen Unrechtes. Er hatte sich bis zu seinem glorreichen Einzug in die verwünschte Stadt nie ein Vergehen zu Schulden kommen lassen. Soweit seine Gedanken in die Kindheit zurückreichten, war ihm nicht erinnerlich, daß er je wegen einer Lüge oder einer Täuschung gestraft oder gescholten worden wäre. Und nun war er ein Betrüger geworden, dadurch, daß die Torheit der Welt ihn in einem unbewachten und sozusagen wehrlosen Augenblicke überfallen und ihn zu ihrem Spielgesellen gemacht hatte. Er kam sich wie ein Kind vor, welches ein anderes boshaftes Kind überredet hat, von einem Altare den Kelch zu stiehlen. Er haßte und verachtete sich jetzt, aber er weinte auch über sich und seine unglückliche Verirrung. Wenn ein Fürst Land und Leute nimmt, wenn ein Priester die Lehre seiner Kirche ohne Überzeugung verkündet, aber die Güter seiner Pründe mit Würde verzehrt, wenn ein dünkelvoller Lehrer die Ehren und Vorteile eines hohen Lehramtes innehat und genießt, ohne von der Höhe seiner Wissenschaft den mindesten Begriff zu haben und derselbe auch nur den kleinsten Vorschub zu leisten, wenn ein Künstler ohne Tugend mit leichtfertigem Tun und Lehrer-Gaukelei sich in Mode bringt und Brot und Ruhm der wahren Arbeit vorweg stiehlt, oder wenn ein Schwindler, der einen großen Klaufmannsnamen geerbt oder erschlichen hat, durch seine Torheiten und Gewissenlosigkeiten Tausende um ihre Ersparnisse und Notfennige bringt, so weinen alle diese nicht über sich, sondern erfreuen sich ihres Wohlseins und bleiben nicht einen Abend ohne aufheiternde Gesellschaft und gute Freunde. Unser Schneider aber weinte bitterlich über sich. Das heißt, er fing solches plötzlich an, als nun seine Gedanken an der schweren Kette, an der sie hingen, unversehens zu der verlassenen Braut zurückkehrten und sich aus Scham vor der Unsichtbaren zur Erde gründeten. Das Unglück und die Erniedrigung zeigten ihm mit einem hellen Strahle das verlorene Glück und machten aus dem unklar verliebten Irregänger einen verstoßenen Liebenden. Er streckte die Arme gegen die kaltglänzenden Sterne empor und taumelte mehr, als er ging auf seiner Straße dahin, stand wieder still und schüttelte den Kopf. Als plötzlich ein roter Schein den Schnee um ihn her erreichte und zugleich Schellenklang und Gelächter ertönte, es waren die Seldwiler, welche mit Fackeln nach Hause fuhren. Schon näherten sich ihm die ersten Pferde mit ihren Nasen, da raffte er sich auf, tat einen gewaltigen Sprung über den Straßenrand und duckte sich unter die vordersten Stämme des Waldes. Der tolle Zug fuhr vorbei und verhallte endlich in der dunklen Ferne, ohne dass der Flüchtling bemerkt worden war. Dieser aber, nachdem er eine gute Weile reglos gelauscht hatte, von der Kälte wie von den erstgenossenen feurigen Getränken und seiner gramvollen Dummheit übermannt, streckte unvermerkt seine Glieder aus und schlief ein auf dem knisternden Schnee, während ein eiskalter Hauch von Osten heranzuwehen begann. Inzwischen erhob auch Nettchen sich von ihrem einsamen Sitze. Sie hatte dem abziehenden Geliebten gewissermaßen aufmerksam nachgeschaut, saß länger als eine Stunde unbeweglich da und stand dann auf, indem sie bitterlich zu weinen begann und ratlos nach der Türe ging. Zwei Freundinnen gesellten sich nun zu ihr mit zweifelhaft tröstenden Worten. Sie bat dieselben, ihr Mantel, Tücher, Hut und dergleichen zu verschaffen, in welche Dinge sie sich so dann stumpf verhüllte, die Augen mit dem Schleier heftig trocknend. Da man aber, wenn man weint, fast immer zugleich auch die Nase schnäuzen muß, so sah sie sich doch genötigt, das Taschentuch zu nehmen und tat einen tüchtigen Schnäuz, worauf sie stolz und zornig um sich blickte. In dieses Blicken hinein geriet Melchior Böhni, der sich ihr freundlich, demütig und lächelnd näherte und ihr die Notwendigkeit darstellte, nunmehr einen Führer und Begleiter nach dem väterlichen Hause zurück zu haben. Den Teich betest da, sagte er, werde er hier im Gasthause zurücklassen und dafür die Fortuna mit der verehrten Unglücklichen sicher nach Goldach hingeleiten. Ohne zu antworten, ging sie festen Schrittes voran nach dem Hofe, wo der Schlitten mit den ungeduldigen, wohlgefütterten Pferden bereitstand, einer der letzten, welche dort waren. Sie nahm rasch darin Platz, ergriff das Leitseil und die Peitsche und während der achtlose Böhni mit glücklicher Geschäftigkeit sich gebärdend dem Stallknechte, der die Pferde gehalten, das Trinkgeld hervorsuchte, trieb sie unversehens die Pferde an und fuhr auf die Landstraße hinaus in starken Sätzen, welche sich bald in einem anhaltenden, munteren Galopp verwandelten. Und zwar ging es nicht nach der Heimat, sondern auf der Sildwiler Straße hin. Erst als das leicht beschwingte Fahrzeug schon dem Blick entschwunden war, entdeckte Herr Böhni das Ereignis und lief in der Richtung gegen Goldach mit Hoho und Haltrufen, sprang dann zurück und jagte mit seinem eigenen Schlitten der entflohenen oder nach seiner Meinung durch die Pferde entführten Schönen nach, bis er am Tore der aufgeregten Stadt anlangte, in welcher das Ärgernis bereits alle Zungen beschäftigte. Warum Nettchen jenen Weg eingeschlagen, ob in der Verwirrung oder mit Vorsatz, ist nicht sicher zu berichten. Zwei Umstände mögen hier ein leises Licht gewähren. Einmal lagen sonderbarerweise die Pelzmütze und die Handschuhe Strapinskys, welche auf dem Fenstersimse hinter dem Sitze des Paares gelegen hatten, nun im Schlitten der Fortuna neben Nettchen. Wann und wie sie diese Gegenstände ergriffen, hatte niemand beachtet, und sie selbst wußte es nicht. Es war wie im Schlafwandel geschehen. Sie wußte jetzt noch nicht, daß Mütze und Handschuhe neben ihr lagen. So dann sagte sie mehr als einmal laut vor sich hin, »Ich muß noch zwei Worte mit ihm sprechen, nur zwei Worte!« Diese beiden Tatsachen scheinen zu beweisen, daß nicht ganz der Zufall die feurigen Pferde lenkte. Auch war es seltsam, als die Fortuna in die Waldstraße gelangte, in welche jetzt der helle Vollmond hineinschien, wie Nettchen den Lauf der Pferde mäßigte und die Zügel feste anzog, so daß dieselben beinahe nur im Schritt einher tanzten, während die Lenkerin die traurigen, aber dennoch scharfen Augen gespannt auf den Weg heftete, ohne links und rechts den geringsten auffälligen Gegenstand außer Acht zu lassen. Und doch war gleichzeitig ihre Seele wie in tiefer, schwerer, unglücklicher Vergessenheit befangen. Was sind Glück und Leben? Von was hangen sie ab? Was sind wir selbst, daß wir wegen einer lächerlichen Fastnachtslüge glücklich oder unglücklich werden? Was haben wir verschuldet, wenn wir durch eine fröhliche, gläubige Zuneigung Schmach und Hoffnungslosigkeit einernten? Wer sendet uns solche einfältige Truggestalten, die zerstörend in unser Schicksal eingreifen, während sie sich selbst daran auflösen, wie schwache Seifenblasen? Solche mehr geträumte als gedachte Fragen umfingen die Seele Nettchens, als ihre Augen sich plötzlich auf einen länglichen, dunklen Gegenstand richteten, welcher zur Seite der Straße sich vom Mond beglänzten Schnee abhob. Es war der lang hingestreckte Wenzel, dessen dunkles Haar sich mit dem Schatten der Bäume vermischte, während sein schlanker Körper deutlich im Lichte lag. Nettchen hielt unwillkürlich die Pferde an, womit eine tiefe Stille über den Wald kam. Sie starrte unverwandt nach dem dunklen Körper, bis derselbe sich in ihrem hellsehenden Auge fast unverkennbar darstellte, und sie leise die Zügel festband, ausstieg, die Pferde einen Augenblick beruhigend streichelte und sich hierauf der Erscheinung vorsichtig, lautlos näherte. Ja, er war es. Der dunkelgrüne samt seines Rockes nahm sich selbst auf dem nächtlichen Schnee schön und edel aus. Der schlanke Leib und die geschmeidigen Glieder, wohl geschnürt und bekleidet, alles sagte noch in der Erstarrung, am Rande des Untergangs, im Verlorensein. Kleider machen Leute. Als sich die einsame Schöne näher über ihn hinbeugte und ihn ganz sicher erkannte, sah sie auch sogleich die Gefahr, in der sein Leben schwebte, und fürchtete, er mochte bereits erfroren sein. Sie ergriff daher unbedenklich eine seiner Hände, die kalt und fühllos schien. Alles andere vergessend, rüttelte sie den Ärmsten und rief ihm seinen Taufnamen ins Ohr. »Wenzel! Wenzel!« Umsonst. Er rührte sich nicht, sondern atmete nur schwach und traurig. Da fiel sie über ihn her, fuhr mit der Hand über sein Gesicht und gab ihm in der Beängstigung Nasenstüber auf die erbleichte Nasenspitze. Dann nahm sie, hiedurch auf einen guten Gedanken gebracht, Hände voll Schnee und rieb ihm die Nase und das Gesicht und auch die Finger tüchtig, soviel sie vermochte und bis sich der Glücklich-Unglückliche erholte, erwachte und langsam seine Gestalt in die Höhe richtete. Er blickte um sich und sah die Retterin vor sich stehen. Sie hatte den Schleier zurückgeschlagen. Wenzel erkannte jeden Zug in ihrem weißen Gesicht, das ihn ansah mit großen Augen. Er stürzte vor ihr nieder, küßte den Saum ihres Mantels und rief, Verzeih mir, Verzeih mir! Komm, fremder Mensch, sagte sie mit unterdrückter, zitternder Stimme, ich werde mit dir sprechen und dich fortschaffen. Sie winkte ihm, in den Stitten zu steigen, was er folgsam tat. Sie gab ihm Mütze und Handschuhe, ebenso unwillkürlich, wie sie dieselben mitgenommen hatte. Er griff Zügel und Peitsche und fuhr vorwärts. Jenseits des Waldes, unfern der Straße, lag ein Bauernhof, auf welchem eine Bäuerin hauste, deren Mann unlängst gestorben. Nettchen war die Patin eines ihrer Kinder, sowie der Vater Amtsrat ihr Zinsherr. Noch neulich war die Frau bei ihnen gewesen, um der Tochter Glück zu wünschen und allerlei Rat zu holen, konnte aber zu dieser Stunde noch nichts von dem Wandel der Dinge wissen. Nach diesem Hofe fuhr Nettchen jetzt, von der Straße ablenkend und mit einem kräftigen Peitschenknallen vor dem Hause haltend. Es war noch Licht hinter den kleinen Fenstern, denn die Bäuerin war wach und machte sich zu schaffen, während Kinder und Gesinde längst schliefen. Sie öffnete das Fenster und guckte verwundert heraus. »Ich bin's nur, wir sind's«, rief Nettchen, »wir haben uns verirrt wegen der neuen oberen Straße, die ich noch nie gefahren bin. Macht uns einen Kaffee, Frau Gevatterin, und laßt uns einen Augenblick hineinkommen, ehe wir weiterfahren.« Gar vergnügt eilte die Bäuerin her, da sie Nettchen sofort erkannte und bezeigte sich entzückt und eingeschüchtert zugleich, auch das große Tier den fremden Grafen zu sehen. In ihren Augen waren Glück und Glanz dieser Welt in diesen zwei Personen über ihre Schwelle getreten. Unbestimmte Hoffnungen, einen kleinen Teil daran, irgendeinen bescheidenen Nutzen für sich oder ihre Kinder zu gewinnen, belebten die gute Frau und gaben ihr alle Behändigkeit, die jungen Herrschaftsleute zu bedienen. Schnell hatte sie ein Knechtchen geweckt, die Pferde zu halten, und bald hatte sie auch einen heißen Kaffee bereitet, welchen sie jetzt hereinbrachte, wo Wenzel und Nettchen in der halbdunklen Stube einander gegenüber saßen. Ein schwachflackerndes Lämpchen zwischen sich auf dem Tische. Wenzel saß, den Kopf in die Hände gestützt und wagte nicht aufzublicken. Nettchen lehnte auf ihrem Stuhle zurück und hielt die Augen fest verschlossen, aber ebenso den bitteren, schönen Mund, woran man sah, dass sie keineswegs schlief. Als die Gevattersfrau den Trank auf den Tisch gesetzt hatte, erhob sich Nettchen rasch und flüsterte ihr zu, »Lass uns jetzt eine Viertelstunde allein. Legt euch aufs Bett, liebe Frau, wir haben uns ein bisschen gezankt und müssen uns heute noch aussprechen, da hier gute Gelegenheit ist.« »Ich verstehe schon. Ihr macht's gut so,« sagte die Frau und ließ die beiden bald allein. »Trinken Sie dies,« sagte Nettchen, die sich wieder gesetzt hatte. »Es wird Ihnen gesund sein.« Sie selbst berührte nichts. Wenzel Strapinski, der leise zitterte, richtete sich auf, nahm eine Tasse und trank sie aus, mehr, weil sie es gesagt hatte, als um sich zu erfrischen. Er blickte sie jetzt auch an und als ihre Augen sich begegneten und Nettchen forschend die Seinigen betrachtete, schüttelte sie das Haupt und sagte dann, »Wer sind Sie? Was wollten Sie mit mir?« »Ich bin nicht ganz so, wie ich scheine,« erwiderte er traurig. »Ich bin ein armer Narr, aber ich werde alles gut machen und Ihnen genug Tuung geben und nicht lange mehr am Leben sein.« Solche Worte sagte er so überzeugt und ohne allen gemachten Ausdruck, daß Nettchens Augen unmerklich aufblitzten. Dennoch wiederholte sie, »Ich wünsche zu wissen, wer Sie eigentlich seien und woher Sie kommen und wohin Sie wollen.« »Es ist alles so gekommen, wie ich Ihnen jetzt der Wahrheit gemäß erzählen will.« Antwortete er und sagte ihr, wer er sei und wie es ihm bei seinem Einzug in Goldach ergangen. Er beteuerte besonders, wie er mehrmals habe fliehen wollen, schließlich aber durch ihr Erscheinen selbst gehindert worden sei, wie in einem verhexten Traume. Nettchen wurde mehrmals von einem Anflug von Lachenheim gesucht, doch überwog der Ernst ihre Angelegenheit zu sehr, als daß es zum Ausbruch gekommen wäre. Sie fuhr vielmehr fort zu fragen, »Und wohin gedachten Sie, mit mir zu gehen und was zu beginnen?« »Ich weiß es kaum«, erwiderte er. »Ich hoffte auf weitere merkwürdige oder glückliche Dinge.« »Auch gedachte ich zuweilen des Todes in der Art, daß ich mir denselben geben wolle, nachdem ich...« Hier stockte Wenzel und sein bleiches Gesicht wurde ganz rot. »Nun, fahren Sie fort?« sagte Nettchen, ihrerseits bleich werdend, in dessen ihr Herz wunderlich klopfte. Da flammten Wenzels Augen groß und süß auf und er rief, »Ja, jetzt ist es mir klar und deutlich vor Augen, wie es gekommen wäre. Ich wäre mit dir in die weite Welt gegangen und nachdem ich einige kurze Tage des Glückes mit dir gelebt, hätte ich dir den Betrug gestanden und mir gleichzeitig den Tod gegeben. Du wärst zu deinem Vater zurückgekehrt, wo du wohl aufgehoben gewesen wärst und mich leicht vergessen hättest. Niemand brauchte darum zu wissen, ich wäre spurlos verschollen. Anstatt an der Sehnsucht nach einem würdigen Dasein, nach einem gütigen Herzen, nach Liebe lebenslang zu kranken, fuhr er wie mütig fort, »wäre ich einen Augenblick lang groß und glücklich gewesen und hoch über allen, die weder glücklich noch unglücklich sind und doch nie sterben wollen. Oh, hätten Sie mich liegen gelassen im kalten Schnee! Ich wäre so ruhig eingeschlafen!« Er war wieder still geworden und schaute düster sinnend vor sich hin. Nach einer Weile sagte Nettchen, die ihn still betrachtet, nachdem das durch Wenzels Reden angefachte Schlagen ihres Herzens sich etwas gelegt hatte. Haben Sie dergleichen oder ähnliche Streiche früher schon begangen und fremde Menschen angelogen, die Ihnen nichts zu Leide getan? Das habe ich mich in dieser bitteren Nacht selbst schon gefragt und mich nicht erinnert, daß ich je ein Lügner gewesen bin. Ein solches Abenteuer habe ich noch gar nie gemacht oder erfahren, ja, in jenen Tagen, als der Hang in mir entstanden, etwas Ordentliches zu sein oder zu scheinen, in halber Kindheit noch, habe ich mich selbst überwunden und einem Glück entsagt, das mir beschieden schien. Was ist dies? fragte Nettchen. Meine Mutter war, ehe sie sich verheiratet hatte, in Diensten einer benachbarten Gutsherrin und mit derselben auf Reisen und in großen Städten gewesen. Davon hatte sie eine feinere Art bekommen als die anderen Weiber unseres Dorfes und war wohl auch etwas eitel, denn sie kleidete sich und mich ihr einziges Kind, immer etwas zierlicher und gesuchter, als es bei uns Sitte war. Der Vater, ein armer Schulmeister, starb aber früh und so blieb uns bei größter Armut keine Aussicht auf glückliche Erlebnisse, von welcher die Mutter gerne zu träumen pflegte. Vielmehr mußte sie sich harte Arbeit hingeben, um uns zu ernähren und damit das Liebste, was sie hatte, etwas bessere Haltung und Kleidung aufopfern. Unerwartet sagte nun jene nun verwitwerte Gutsherrin, als ich etwa sechzehn Jahre alt war, sie gehe mit ihrem Haushalt in die Residenz. Für immer. Die Mutter solle mich mitgeben. Es sei schade für mich, in dem Dorfe ein Tagelöhner oder Bauernknecht zu werden. Sie wolle mich etwas Feines lernen lassen, so was ich Lust habe, während ich in ihrem Hause leben und diese und jene leichten Dienstleistungen tun könne. Das schien nun das Herrlichste zu sein, was ich für uns ereignen mochte. Alles wurde demgemäß verabredet und zubereitet, als die Mutter nachdenklich und traurig wurde und mich eines Tages plötzlich mit vielen Tränen bat sie nicht zu verlassen, sondern mit ihr arm zu bleiben. Sie werde nicht alt werden, sagte sie, und ich würde gewiß noch zu etwas Gutem gelangen, auch wenn sie tot sei. Die Gutsherrin, der ich das Betrüb hinterbrachte, kam her und machte meiner Mutter Vorstellungen. Aber diese wurde jetzt ganz aufgeregt und rief einmal um das andere, sie lasse sich ihr Kind nicht rauben. Wer es kenne, Hier stockte Wenzel Strapinski abermals und wusste sich nicht recht fortzuhelfen. Nettchen fragte, Was sagte die Mutter, wer es kenne? Warum fahren sie nicht fort? Wenzel errötete und antwortete, Sie sagte etwas Seltsames, was ich nicht recht verstand und was ich jedenfalls seither nicht verspürt habe. Sie meinte, wer das Kind kenne, könne nicht mehr von ihm lassen und wollte wohl damit sagen, dass ich ein gutmütiger Junge gewesen sei oder etwas dergleichen. Kurz, sie war so aufgeregt, dass ich trotz allen Zuredens jener Dame entsagte und bei der Mutter blieb, wofür sie mich doppelt lieb hatte, tausendmal mich um Verzeihung bittend, dass sie mir vor dem Glücke sei. Als ich aber nun auch etwas verdienen lernen sollte, stellte es sich heraus, dass nicht viel anderes zu tun war, als dass ich zu unserem Dorfschneider in die Lehre ging. Ich wollte nicht, aber die Mutter weinte so sehr, dass ich mich ergab. Dies ist die Geschichte. Auf Nettchens Frage, warum er dann doch von der Mutter fort sei und wann, erwiderte Wenzel. Der Militärdienst trief mich weg. Ich wurde unter die Husaren gesteckt und war ein ganz hübscher roter Husar, obwohl vielleicht der dümmste im Regiment, jedenfalls der stillste. Nach einem Jahre konnte ich endlich für ein paar Wochen Urlaub erhalten und eilte nach Hause, um eine gute Mutter zu sehen. Aber sie war eben gestorben. Da bin ich denn, als meine Zeit vorbei war, einsam in die Welt gereist und endlich hier in mein Unglück geraten. Nettchen lächelte, als er dieses vor sich hin klagte und sie ihn dabei aufmerksam betrachtete. Es war jetzt eine Zeitlang still in der Stube. Auf einmal schien ihr ein Gedanke aufzutauchen. Da sie, sagte sie plötzlich, aber dennoch mit zögerndem, spitzigen Wesen, stets so wertgeschätzt und liebenswürdig waren, so haben sie ohne Zweifel auch jederzeit ihre gehörigen Liebschaften oder dergleichen gehabt, oder wohl schon mehr als ein armes Frauenzimmer auf dem Gewissen, von mir nicht zu reden. Ach Gott, erwiderte Wenzel, ganz rot werdend. Ehe ich zu ihnen kam, habe ich niemals auch nur die Fingerspitzen eines Mädchens berührt. Ausgenommen, nun, sagte Nettchen. Nun, fuhr er fort, das war eben jene Frau, die mich mitnehmen und bilden lassen wollte. Die hatte ein Kind, ein Mädchen von sieben oder acht Jahren, ein seltsames, heftiges Kind und doch gut wie Zucker und schön wie ein Engel. Dem hatte ich vielfach den Diener und Beschützer machen müssen und es hatte sich an mich gewöhnt. Ich mußte es regelmäßig nach dem entfernten Pfarrhof bringen, wo es bei dem alten Pfarrer Unterricht genoß und es von da wieder abholte. Auch sonst mußte ich öfter mit ihm ins Freie, wenn sonst niemand gerade mitgehen konnte. Dieses Kind nun, als ich es zum letzten Mal im Abendschein über das Feld nach Hause führte, fing von der bevorstehenden Abreise zu reden an, erklärte mir, ich müßte dennoch mitgehen und fragte, ob ich es tun wollte. Ich sagte, dass es nicht sein könne. Das Kind fuhr aber fort, gar beweglich und dringlich zu bitten, indem es mir am Arme hing und mich am Gehen hinderte, wie Kinder zu tun pflegen, so daß ich mich bedachtlos wohl etwas unwirsch frei machte. Da sinkte das Mädchen sein Haupt und suchte beschämt und traurig, die Tränen zu unterdrücken, die jetzt hervorbrachen, und es vermochte kaum, das Schluchzen zu bemeistern. Betroffen wollte ich das Kind begütigen. Allein, nun wandte es sich zornig ab und entließ mich in Ungnaden. Seitdem ist mir das schöne Kind immer im Sinne geblieben und mein Herz hat immer an ihm gehangen, obgleich ich nie wieder von ihm gehört habe. Plötzlich hielt der Sprecher, der in eine sanfte Erregung geraten war, wie erschreckt inne und starrt erbleichend seine Gefährtin an. Nun, sagte Nettchen, ihrerseits mit seltsamem Tone in gleicher Weise etwas blass geworden, was sehen Sie mich so an? Wenzel aber streckte den Arm aus, zeigte mit dem Finger auf sie, wie wenn er einen Geist sehe, und rief, Dieses habe ich auch schon erblickt. Wenn jenes Kind zornig war, so hoben sich ganz so wie jetzt bei ihnen die schönen Haare um Stirne und Schläfe ein wenig aufwärts, daß man sie sich bewegen sah, und so war es auch zuletzt auf dem Felde in jenem Abendglanze. In der Tat hatten sich die zunächst den Schläfen und über der Stirne liegenden Locken nettchensleise bewegt, wie von einem ins Gesicht wehenden Lufthauche. Die allezeit etwas kokette Mutter Natur hatte hier eines ihrer Geheimnisse angewendet, um den schwierigen Handel zu Ende zu führen. Nach kurzem Schweigen, in dem ihre Brust sich zu heben begann, stand Nettchen auf, ging um den Tisch herum dem Manne entgegen und fiel ihm um den Hals mit den Worten »Ich will dich nicht verlassen, du bist mein, und ich will mit dir gehen, trotz aller Welt.« So feierte sie erst jetzt ihre rechte Verlobung aus tief entschlossener Seele, indem sie in süßer Leidenschaft ein Schicksal auf sich nahm, und Treue hielt. Doch war sie keineswegs so blöde, dieses Schicksal nicht selbst ein wenig lenken zu wollen. Vielmehr faßte sie rasch und keck neue Entschlüsse. Denn sie sagte zu dem guten Wenzel, der in dem abermaligen Glückeswechsel verloren träumte, »Nun wollen wir gerade nach Seldwil gehen und den dortigen, die uns zu zerstören gedachten, zeigen, dass sie uns erst recht vereinigt und glücklich gemacht haben.« Dem wackern Wenzel wollte das nicht einleuchten. Er wünschte vielmehr, in unbekannte Weiten zu ziehen und geheimnisvoll romantisch dort zu leben in stillem Glücke, wie er sagte. Allein Nettchen rief, »Keine Romane mehr. Wie du bist, ein armer Wandersmann, will ich mich zu dir bekennen und in meiner Heimat allen diesen Stolzen und Spöttern zum Trotze dein Weib sein. Wir wollen nach Seldwila gehen und dort durch Tätigkeit und Klugheit die Menschen, die uns verhöhnt haben, von uns abhängig machen.« Und wie gesagt, so getan. Nachdem die Bäuerin herbeigerufen und von Wenzel, der anfing, seine neue Stellung einzunehmen, beschenkt worden war, fuhren sie ihres Weges weiter. Wenzel führte jetzt die Zügel, Nettchen lehnte sich so zufrieden an ihn, als ob er eine Kirchensäule wäre. Denn des Menschen Wille ist sein Himmelreich und Nettchen war just vor drei Tagen volljährig geworden und konnte dem ihrigen folgen. Inseldwila hielten sie vor dem Gasthause zum Regenbogen, wo noch eine Zahl jener Schlittenfahrer beim Glase saß. Als das Paar im Wirtssaale erschien, lief wie ein Feuer die Rede herum. »Ha! Da haben wir eine Entführung! Wir haben eine köstliche Geschichte eingeleitet!« Doch ging Wenzel ohne Umsehen hindurch mit seiner Braut. Und nachdem sie in ihren Gemächern verschwunden war, begab er sich in den wilden Mann, ein anderes gutes Gasthaus, und schritt stolz durch die dort ebenfalls noch hausenden Seldwila hindurch in ein Zimmer, das er begehrte, und überließ sie ihren erstaunten Beratungen, über welchen sie sich das grimmigste Kopfweh anzutrinken genötigt waren. Auch in der Stadt Goldach lief um die gleiche Zeit schon das Wort Entführung herum. In aller Frühe schon fuhr auch der Teich Bethesda nach Seldwila von dem aufgeregten Böni und Nettchens betroffenen Vater bestiegen. Fast wären sie in ihrer Eile ohne Anhalt durch Seldwila gefahren, als sie noch rechtzeitig den Schlitten Fortuna wohlbehalten vor dem Gasthause stehen sahen und zu ihrem Troste vermuteten, daß wenigstens die schönen Pferde auch nicht weit sein würden. Sie ließen daher ausspannen, als sich die Vermutung bestätigte und sie die Ankunft und den Aufenthalt Nettchens vernahmen und gingen gleichfalls in den Regenbogen hinein. Es dauerte jedoch eine kleine Weile, bis Nettchen den Vater bitten ließ, sie auf ihrem Zimmer zu besuchen und dort allein mit ihr zu sprechen. Auch sagte man, sie habe bereits den besten Rechtsanwalt der Stadt rufen lassen, welcher im Laufe des Vormittags erscheinen werde. Der Amtsrat ging etwas schweren Herzens zu seiner Tochter hinauf, überlegend, auf welche Weise er das desperate Kind am besten aus der Verirrung zurückführe, und war auf ein verzweifeltes Gebaren gefasst. Allein mit Ruhe und sanfter Festigkeit trat ihm Nettchen entgegen. Sie dankte ihrem Vater mit Rührung für alle ihr bewiesene Liebe und Güte und erklärte so dann in bestimmten Sätzen, erstens, sie wolle nach dem Vorgefallenen nicht mehr in Goldach leben, wenigstens nicht die nächsten Jahre, zweitens wünsche sie ihr bedeutendes mütterliches Erbe an sich zu nehmen, welches der Vater ja schon lange für den Fall ihrer Verheiratung bereitgehalten. Drittens wolle sie den Wenzel Strapinski heiraten, woran vor allem nichts zu ändern sei. Viertens wolle sie mit ihm in Seltwila wohnen und ihm da ein tüchtiges Geschäft gründen helfen. Und fünftens und letztens werde alles gut werden, denn sie habe sich überzeugt, dass er ein guter Mensch sei und sie glücklich machen werde. Der Amtsrat begann seine Arbeit mit der Erinnerung, dass Nettchen ja wisse, wie sehr er schon gewünscht habe, ihr Vermögen zur Begründung ihres wahren Glückes je eher, je lieber in ihre Hände legen zu können. Dann aber schilderte er mit aller Bekümmernis, die ihn seit der ersten Kunde von der schrecklichen Katastrophe erfüllte, das Unmögliche des Verhältnisses, das sie festhalten wolle. Und schließlich zeigte er das große Mittel, durch welches sich der schwere Konflikt allein würdig lösen lasse. Herr Melchior Böni sei es, der bereit sei, durch augenblickliches Einstehen mit seiner Person den ganzen Handel niederzuschlagen und mit seinem unantastbaren Namen ihre Ehre vor der Welt zu schützen und aufrechtzuerhalten. Aber das Wort Ehre brachte nun doch die Tochter in größere Aufregung. Sie rief, gerade die Ehre sei es, welche ihr gebiete, den Herrn Böni nicht zu heiraten, weil sie ihn nicht leiden könne, dagegen dem armen Fremden getreu zu bleiben, welchem sie ihr Wort gegeben habe und den sie auch leiden könne. Es gab nun ein fruchtloses Hin- und Wiederreden, welches die standhafte Schöne endlich doch zum Tränenvergießen brachte. Fast gleichzeitig drangen Wenzel und Böni herein, welche auf der Treppe zusammengetroffen, und es drohte eine große Verwirrung zu entstehen, als auch der Rechtsanwalt erschien, ein dem Amtsrate wohlbekannter Mann und Vorderhand zur friedlichen Besonnenheit mahnte. Als er in wenigen vorläufigen Worten vernahm, worum es sich handle, ordnete er an, daß vor allem Wenzel sich in den wilden Mann zurückziehe und sich dort stillhalte, daß auch Herr Böni sich nicht einmische und fortgehe, daß Nettchen ihrerseits alle Formen des bürgerlichen guten Tones wahre bis zum Austrag der Sache und der Vater auf jede Ausübung von Zwang verzichte, da die Freiheit der Tochter gesetzlich unbezweifelt sei. So gab es denn einen Waffenstillstand und eine allgemeine Trennung für einige Stunden. In der Stadt, wo der Anwalt ein paar Worte verlauten ließ von einem großen Vermögen, welches vielleicht nach Sildwila käme durch diese Geschichte, entstand nun ein großer Lärm. Die Stimmung der Sildwiler schlug plötzlich um zugunsten des Schneiders und seiner Verlobten und sie beschlossen, die Liebenden zu schützen, mit Gut und Blut und in ihrer Stadt Recht und Freiheit der Person zu wahren. Als daher das Gerücht ging, die Schöne von Goldach solle mit Gewalt zurückgeführt werden, rotteten sie sich zusammen, stellten bewaffnete Schutz- und Ehrenwachen vor den Regenbogen und vor den wilden Mann und begingen überhaupt mit gewaltiger Lustbarkeit eines ihrer großen Abenteuer als merkwürdige Fortsetzung des Gestrigen. Der erschreckte und gereizte Amtsrat schickte seinen Böni nach Goldach um Hilfe. Der fuhr im Galopp hin und am nächsten Tage fuhren eine Anzahl Männer mit einer ansehnlichen Polizeimacht von dort herüber, um dem Amtsrat beizustehen und es gewann den Anschein, als ob Seltwila ein neues Troja werden sollte. Die Parteien standen sich drohend gegenüber. Der Stadt-Tambur drehte bereits in seiner Spannschraube und tat einzelne Schläge mit dem rechten Schläge. Da kamen höhere Amtspersonen, geistliche und weltliche Herren auf den Platz und die Unterhandlungen, welche allseits geflogen wurden, ergaben endlich, da Nettchen festblieb und Wenzel sich nicht einschüchtern ließ, aufgemuntert durch die Seltwila, daß das Aufgebot ihrer Ehe nach Sammlung aller nötigen Schriften förmlich stattfinden und daß gewärtigt werden solle, ob und welche gesetzlichen Einsprachen während dieses Verfahrens dagegen erhoben würden und mit welchem Erfolge. Solche Einsprachen konnten bei der Volljährigkeit Nettchens einzig noch erhoben werden wegen der zweifelhaften Person des falschen Grafen Wenzel-Stabinski. Allein der Rechtsanwalt, der seine und Nettchens Sache nun führte, ermittelte, daß den fremden jungen Mann weder in seiner Heimat noch auf seinen bisherigen Fahrten auch nur der Schatten eines bösen Läumuns getroffen habe und von überall her nur gute und wohlwollende Zeugnisse für ihn einliefen. Was die Ereignisse in Goldach betraf, so wies der Advokat nach, daß Wenzel sich eigentlich gar nie selbst für einen Grafen ausgegeben, sondern daß ihm dieser Rang von anderen gewaltsam verliehen worden, daß er schriftlich auf allen vorhandenen Belegstücken mit seinem wirklichen Namen Wenzel-Stabinski ohne jede Zutat sich unterzeichnet hatte und somit kein anderes Vergehen vorlag, als daß er eine törichte Gastfreundschaft genossen hatte, die ihm nicht gewährt worden wäre, wenn er nicht in jenem Wagen angekommen wäre und jener Kutscher nicht jenen schlechten Spaß gemacht hätte. So endigte denn der Krieg mit einer Hochzeit, an welcher die Seldwiler mit ihren sogenannten Katzenköpfen gewaltig schossen, zum Verdrusse der Goldacher, welche den Geschützdonner ganz gut hören konnten, da der Westwind wehte. Der Amtsrat gab Nettchen ihr ganzes Gut heraus, und sie sagte, Wenzel müsse nun ein großer Marchant-Terrier und Tuchherr werden in Seldwiler, denn da hieß der Tuchhändler noch Tuchherr, der Eisenhändler Eisenherr und so weiter. Das geschah denn auch, aber in ganz anderer Weise, als die Seldwiler geträumt hatten. Er war bescheiden, sparsam und fleißig in seinem Geschäfte, welchem er einen großen Umfang zu geben verstand. Er machte ihnen ihre feilchenfarbigen oder weiß- und blau gewürfelten Sammetwesten, ihre Beifrecke mit goldenen Knöpfen, ihre rot ausgeschlagenen Mäntel, und alles waren sie ihm schuldig, aber nie zu lange Zeit. Denn um neue, noch schönere Sachen zu erhalten, welche er kommen oder anfertigen ließ, mußten sie ihm das frühere bezahlen, so daß sie untereinander klagten, erpresse ihnen das Blut unter den Nägeln hervor. Dabei wurde er rund und stattlich, und sah beinahe gar nicht mehr träumerisch aus. Er wurde von Jahr zu Jahr geschäftserfahrener und gewandter und wußte in Verbindung mit seinem bald versöhnten Schwiegervater, dem Amtsrat, so gute Spekulationen zu machen, daß sich sein Vermögen verdoppelte und er nach zehn oder zwölf Jahren mit ebenso vielen Kindern, die inzwischen Nettchen die Strapinska geboren hatte und mit letzterer nach Goldach übersiedelte und da selbst ein angesehener Mann ward. Aber in Sildwila ließ er nicht einen Stüber zurück, sei es aus Undank oder aus Rache. Ende der Aufsprache endlichsten Angst, da der Tisch mit glänzendem Zeuge gedeckt wurde und so heiß sich der ausgehungerte Mann vor kurzem noch nach einiger Nahrung gesehnt hatte, so ängstlich wünschte er jetzt der drohenden Mahlzeit zu entfliehen. Endlich faßte er sich einen Mut, nahm seinen Mantel um, setzte die Mütze auf und begab sich hinaus, um den Ausweg zu gewinnen. Da er aber in seiner Verwirrung und in dem weitläufigen Hause die Treppe nicht gleich fand, so glaubte der Kellner, den der Teufel beständig umhertrieb, jener suche eine gewisse Bequemlichkeit, rief, »Erlauben Sie gefälligst, mein Herr, ich werde Ihnen den Weg weisen« und führte ihn durch einen langen Gang, der nirgend anders endigte, als vor einer schön lackierten Türe, auf welche eine zierliche Inschrift angebracht war. Also ging der Mantelträger ohne Widerspruch sanft wie ein Lämpchen dort hinein und schloß ordentlich hinter sich zu. Dort lehnte er sich bitterlich seufzend an die Wand und wünschte der goldenen Freiheit der Landstraße wieder teilhaftig zu sein, welch ihm jetzt so schlecht das Wetter war, als das höchste Glück erschien. Doch verwickelte er sich jetzt in die erste selbsttätige Lüge, weil er in dem verschlossenen Raume ein wenig verweilte und betrat hiermit den abschüssigen Weg des Bösen. Unterdessen schrie der Wirt, der ihn gesehen hatte, im Mantel dahingehen, »Der Herr friert! Heizet mehr ein im Saal! Wo ist die Liese? Wo ist die Anne? Rasch einen Korb Holz in den Ofen und einige Hände voll Späne, daß es brennt! Zum Teufel sollen die Leute in der Waage im Mantel zu Tisch sitzen!« Und als der Schneider wieder aus dem langen Gange hervorgewandelt kam, melancholisch wie der umgehende Ahnherr eines Stammschlosses, begleitete er ihn mit hundert Komplimenten, und Handreibungen wiederum in den verwünschten Saal hinein. Dort wurde er ohne ferneres Verweilen an den Tisch gebeten, der Stuhl zurechtgerückt, und da der Duft der kräftigen Suppe dergleichen erlange nicht gerochen, ihn vollends seines Willens beraubte, so ließ er sich in Gottes Namen nieder und tauchte sofort den schweren Löffel in die braungoldene Brühe. In tiefem Schweigen erfrischte er seine matten Lebensgeister und wurde mit achtungsvoller Stille und Ruhe bedient. Als er den Teller geleert hatte und der Wirt sah, daß es ihm so wohl schmeckte, munterte er ihn höflich auf, noch einen Löffel vollzunehmen. Das sei gut bei dem rauen Wetter. Nun wurde die Forelle aufgetragen, mit Grünem begrenzt, und der Wirt legte ein schönes Stück vor. Doch der Schneider, von Sorgen gequält, wagte in seiner Blödigkeit nicht, das blanke Messer zu brauchen, sondern hantierte schüchtern und zimperlich mit der silbernen Gabel daran herum. Das bemerkte die Köchin, welche zur Türe hereinguckte, den großen Herrn zu sehen, und sie sagte zu den Umstehenden, Gelobt sei Jesus Christ, der weiß noch einen feinen Fisch zu essen, wie es sich gehört, der sägt nicht mit dem Messer in dem zarten Wiesen herum, wie wenn er ein Kalb schlachten wollte. Das ist ein Herr ganzen Versammlung bekannt, und Nettchen, deren Anblick Stapinski suchte, schien, wie erstarrt, seinen Blicken auszuweichen, bald rot, bald blass werdend. Dann tanzte sie mehrmals hintereinander mit jungen Herren, setzte sich zerstreut und schnell atmend, und schlug eine Einladung des Polen, der endlich herangetreten war, mit einer kurzen Verbeugung aus, ohne ihn anzusehen. Seltsam aufgeregt und bekümmert ging er hinweg, nahm seinen famosen Mantel um und schritt mit wehenden Locken in einem Gartenwege auf und nieder. Es wurde ihm nun klar, daß er eigentlich nur dieses Wesens halber so lange dageblieben sei, daß die unbestimmte Hoffnung, doch wieder in ihre Nähe zu kommen, ihn unbewusst belebte, daß aber der ganze Handel eben eine Unmöglichkeit darstelle, von der verzweifelsten Art. Wie er so dahinschritt, hörte er rasche Tritte hinter sich, leichte, doch unruhig bewegte. Nettchen ging an ihm vorüber und schien, nach einigen ausgerufenen Worten zu urteilen, nach ihrem Wagen zu suchen, obgleich derselbe auf der anderen Seite des Hauses stand und hier nur Winterkohlköpfe und eingewickelte Rosenbäumchen den Schlaf der Gerechten verträumten. Dann kam sie wieder zurück und da er jetzt mit klopfendem Herzen ihr im Wege stand und bittend die Hände nach ihr ausstreckte, fiel sie ihm ohne weiteres um den Hals und fing jämmerlich an zu weinen. Er bedeckte ihre glühenden Wangen mit seinen fein duftenden dunklen Locken und sein Mantel umschlug die schlanke, stolze, schneeweiße Gestalt des Mädchens wie mit schwarzen Adlerflügeln. Es war ein wahrhaft schönes Bild, das seine Berechtigung ganz allein in sich selbst zu tragen schien. Strapinski aber verlor in diesem Abenteuer seinen Verstand und gewann das Glück, das öfter den Unverständigen holt ist. Nettchen eröffnete ihrem Vater noch in selbiger Nacht beim Nachhausefahren, daß kein anderer als der Graf der ihrige sein werde. Dieser erschien am Morgen in aller Frühe, um bei dem Vater liebenswürdig schüchtern und melancholisch, wie immer, um sie zu werben. Und der Vater hielt folgende Rede. So hat sich denn das Schicksal und der Wille dieses törichten Mädchens erfüllt. Schon als Schwulkind behauptete sie fortwährend, nur einen Italiener oder einen Polen, einen großen Pianisten oder einen Räuberhauptmann mit schönen Locken heiraten zu wollen. Und nun haben wir die Bescherung. Alle inländischen wohlmeinenden Anträge hat sie ausgeschlagen. Noch neulich mußte ich den gescheiten und tüchtigen Melchior Böni heimschicken. Der noch große Geschäfte machen wird. Und sie hat ihn noch schrecklich verhöhnt, weil er nur ein rötliches Backenbärtchen trägt und aus einem silbernen Döschen schnupft. Nun, Gott sei Dank ist ein polnischer Graf da, aus wildester Ferne. Nehmen Sie Da eine gewaltige Krähe erschien, die sich mit Pfauenfedern schmückte und quakend umherhupfte. Ein Wolf, der sich einen Schafspelz zurechtschneiderte, schließlich ein Esel, der eine furchtbare Löwenhaut von Werk trug und sich heroisch damit trappierte, wie mit einem Carbonari-Mantel. Alle, die so erschienen, traten nach vollbrachter Darstellung zurück und machten allmählich so den Halbkreis der Goldacher zu einem weiten Ring von Zuschauern, dessen innerer Raum endlich leer ward. In diesem Augenblicke ging die Musik in eine wehmütige, ernste Weise über und zugleich beschritt eine letzte Erscheinung den Kreis, dessen Augen sämtlich auf sie gerichtet waren. Es war ein schlanker, junger Mann in dunklem Mantel, dunklen, schönen Haaren und mit einer polnischen Mütze. Es war niemand anders als der Graf Strapinski, wie er an jenem November-Tage auf der Straße gewandert und den verhängnisvollen Wagen bestiegen hatte. Die ganze Versammlung blickte lautlos gespannt auf die Gestalt, welche feierlich schwermütig einige Gänge nach dem Takte der Musik umher trat, dann in die Mitte des Ringes sich begab, den Mantel auf den Boden breitete, sich schneidermäßig darauf niedersetzte und anfing ein Bündel auszupacken. Er zog einen beinahe fertigen Grafenrock hervor, ganz wie ihn Strapinski in diesem Augenblick getrug, nähte mit großer Hast und Geschicklichkeit Troddeln und Schnüre darauf und bügelte ihn schulgerecht aus, indem er das scheinbar heiße Bügeleisen mit nassen Fingern prüfte. Dann richtete er sich langsam auf, zog seinen fadenscheinigen Rock aus und das Prachtkleid an, nahm ein Spiegelchen, kämmte sich und vollendete seinen Anzug, das er endlich als das leibhaftige Ebenbild des Grafen dastand. Unversehens ging die Musik in eine rasche, mutige Weise über. Der Mann wickelte seine sieben Sachen in den alten Mantel und warf das Pack weit über die Köpfe der Anwesenden hinweg in die Tiefe des Saales, als wollte er sich ewig von seiner Vergangenheit trennen. Hierauf beging er als stolzer Weltmann in stattlichen Tanzschritten den Kreis, hie und da sich vor den Anwesenden Huldreich verbeugend, bis er vor das Brautpaar gelangte. Plötzlich faßte er den Polen, ungeheuer überrascht fest ins Auge, stand als eine Säule vor ihm still, während gleichzeitig wie auf Verabredung die Musik aufhörte und eine fürchterliche Stille wie ein stummer Blitz einfiel. »Ei, ei, ei!« rief er mit weiten vernehmlicher Stimme und reckte den Arm gegen den Unglücklichen aus. »Sieh da, den Bruder Schlesier, den Wasserpolacken! Der mir aus der Arbeit gelaufen ist, weil er wegen einer kleinen Geschäftsschwankung glaubte, es sei zu Ende mit mir!« »Nun, es freut mich, dass es Ihnen so lustig geht und Sie hier so fröhliche Fastnacht halten! Stehen Sie in Arbeit zu Goldach?« Zugleich gab er dem bleich und lächelnd dasitzenden Grafensohn die Hand, welche dieser willenlos ergriff wie eine feurige Eisenstange, während der Doppelgänger rief, »Kommt, Freunde!« Zeit war aber von der alten Ringmauer eingefaßt, welche, obwohl nichts mehr nütze, dennoch zum Schmucke beibehalten wurde, da sie ganz mit dichtem alten Efeu überwachsen war und so die kleine Stadt mit einem immergrünen Kranze umschloß. Alles dieses machte einen wunderbaren Eindruck auf Strapinski. Er glaubte, sich in einer anderen Welt zu befinden, denn als er die Aufschriften der Häuser las, dergleichen er noch nicht gesehen, war er der Meinung, sie bezögen sich auf die besonderen Geheimnisse und Lebensweisen jedes Hauses und es sähe hinter jeder Haustüre wirklich so aus, wie die Überschrift angab, so daß er in eine Art von moralischen Utopien hineingeraten wäre. So war er geneigt zu glauben, die wunderliche Aufnahme, welche er gefunden, hängte hiermit in Zusammenhang, so daß zum Beispiel das Sinnbild der Waage, in welcher er wohnte, bedeute, daß dort das ungleiche Schicksal abgewogen und ausgeglichen und zuweilen ein reisender Schneider zum Grafen gemacht würde. Er geriet auf seiner Wanderung auch vor das Tor und wie er nun so über das freie Feld hinblickte, meldete sich zum letzten Mal der pflichtgemäße Gedanke, seinen Weg unverweilt fortzusetzen. Die Sonne schien, die Straße war schön, fest, nicht zu trocken und auch nicht zu nass, zum Wandern wie gemacht. Reisegeld hatte er nun auch, so daß er angenehm einkehren konnte, wo er Lust dazu verspürte und kein Hindernis war zu erspähen. Da stand er nun, gleich dem Jüngling am Scheidewege auf einer wirklichen Kreuzstraße. Aus dem Lindenkranze, welcher die Stadt umgab, stiegen gastliche Rauchsäulen, die goldenen Turmknöpfe funkelten lockend aus den Baumwipfeln. Glück, Genuß und Verschuldung, ein geheimnisvolles Schicksal winkten dort. Von der Feldseite her aber glänzte die freie Ferne. Arbeit, Entbehrung, Armut, Dunkelheit harten dort, aber auch ein gutes Gewissen und ein ruhiger Wandel. Dieses fühlend wollte er denn auch entschlossen ins Feld abschwenken. Im gleichen Augenblicke rollte ein rasches Fuhrwerk heran. Es war das Fräulein von gestern, welches mit wehendem blauem Schleier ganz allein in einem schmucken, leichten Fuhrwerk saß, ein schönes Pferd regierte und nach der Stadt fuhr. Sobald Strapinski nur an seine Mütze griff und dieselbe demütig für seine Brust nahm in seiner Überraschung, verbeugte sich das Mädchen rasch errötend gegen ihn, aber überaus freundlich und fuhr in großer Bewegung das Pferd zum Galopp antreibend davon. Strapinski aber machte unwillkürlich ganze Wendung und kehrte getrost nach der Stadt zurück. Noch an demselben Tage galoppierte er auf dem besten Pferde der Stadt an der Spitze einer ganzen Reitersgesellschaft durch die Allee, welche um die grüne Ringmauer führte und die fallenden Blätter der Linden tanzten wie ein goldener Regen um sein verklärtes Haupt. Nun war der Geist in den Gefahren. Mit jedem Tage wandelte er sich, gleich einem Regenbogen, der zusehends bunter wird an der vorbrechenden Sonne. Er lernte wenn er diese Redensarten auch nur sparsam mit einer gewissen Bescheidenheit und stets mit einem schwermütigen Lächeln vorbrachte, so erreichte er damit nur eine größere Wirkung. Wenn zwei oder drei von den Herren aufstanden und etwas zur Seite traten, so sagten sie, er ist ein vollkommener Junker. Nur Melchior Böhni, der Buchhalter, als ein geborener Zweifler, rieb sich vergnügt die Hände und sagte zu sich selbst, ich sehe es kommen, daß es wieder einen Golddacher Putsch gibt. Ja, er ist gewissermaßen schon da. Es war aber auch Zeit, denn schon sind's zwei Jahre seit dem letzten. Der Mann dort hat mir so wunderlich zerstochene Finger, vielleicht von Prager oder aus Trolenka her. Nun, ich werde mich hüten, den Verlauf zu stören. Die beiden Partien waren nun zu Ende, auch das Sausergelüste der Herren gebüßt und sie zogen nun vor, sich an den alten Weilen des Amtsrates ein wenig abzukühlen, die jetzt gebracht wurden. Doch war die Abkühlung etwas leidenschaftlicher Natur, in dem sofort, um nicht in schnöden Müßiggang zu verfallen, ein allgemeines Hazardspiel vorgeschlagen wurde. Man mischte die Karten, jeder warf einen Brabarnertaler hin und als die Reihe an Strapinski war, konnte er nicht wohl seinen Fingerhut auf den Tisch setzen. Ich habe nicht ein solches Geldstück, sagte er errötend. Aber schon hatte Melchior Böhni, der ihn beobachtet, für ihn eingesetzt, ohne dass jemand darauf Acht gab, denn alle waren viel zu behaglich, als dass sie auf den Argwohn geraten wären, jemand in der Welt könne kein Geld haben. Im nächsten Augenblicke wurde dem Schneider, der gewonnen hatte, der ganze Einsatz zugeschoben. Verwirrt ließ er das Geld liegen und Böhni besorgte für ihn das zweite Spiel, welches ein anderer gewann, sowie das dritte. Doch das vierte und fünfte gewann wiederum der Polacke, der allmählich aufwachte und sich in die Sache fand. Indem er sich still und ruhig verhielt, spielte er mit abwechselndem Glücke. Einmal kam er bis auf einen Taler herunter, den er setzen mußte. Gewann wieder und zuletzt, als man das Spiel satt bekam, besaß er einige Louis-Dor, mehr als er jemals in seinem Leben besessen, welche er, als er sah, daß jedermann sein Geld einsteckte, ebenfalls zu sich nahm. Nicht ohne Furcht, daß alles ein Traum sei. Böhni, welcher ihn fortwährend scharf betrachtete, war jetzt fast im Klaren über ihn und dachte, den Teufel fährt der in einem vierspännigen Wagen. Weil er aber zugleich bemerkte, daß der rätselhafte Fremde keine Gier nach dem Gelde gezeigt, sich überhaupt bescheiden und nüchtern verhalten hatte, so war er nicht übel gegen ihn gesinnt, sondern beschloss, die Sache durchaus gehen zu lassen. Aber der Graf Strapinski, als man sich vor dem Abendessen im Freien erging, nahm jetzt seine Gedanken zusammen und hielt den rechten Zeitpunkt einer geräuschlosen Beurlaubung für gekommen. Er hatte ein artiges Reisegeld und nahm sich vor, dem Wirt zur Waage von der nächsten Stadt aus sein aufgedrungenes Mittagsmatter war, als das höchste Glück erschien. Doch verwickelte er sich jetzt in die erste selbsttätige Lüge, weil er in dem verschlossenen Raume ein wenig verweilte und betrat hiermit den abschüssigen Weg des Bösen. Unterdessen schrie der Wirt, der ihn gesehen hatte, im Mantel dahingehen, der Herr friert, heizet mehr ein im Saal, wo ist die Liese, wo ist die Anne? Rasch einen Korb Holz in den Ofen und einige Hände voll Späne, daß es brennt. Zum Teufel sollen die Leute in der Waage im Mantel zu Tisch sitzen? Und als der Schneider wieder aus dem langen Gange hervorgewandelt kam, melancholisch wie der umgehende Ahnherr eines Stammschlosses, begleitete er ihn mit hundert Komplimenten und Handreibungen wiederum in den verwünschten Saal hinein. Dort wurde er ohne ferneres Verweilen an den Tisch gebeten, der Stuhl zurechtgerückt und da der Duft der kräftigen Suppe dergleichen er lange nicht gerochen, ihn vollends seines Willens beraubte, so ließ er sich in Gottes Namen nieder und tauchte sofort den schweren Löffel in die braungoldene Brühe. In tiefem Schweigen erfrischte er seine matten Lebensgeister und wurde mit achtungsvoller Stille und Ruhe bedient. Als er den Teller geleert hatte und der Wirt sah, daß es ihm so wohl schmeckte, munterte er ihn höflich auf, noch einen Löffel vollzunehmen. Das sei gut bei dem rauen Wetter. Nun wurde die Forelle aufgetragen, mit Grünem begrenzt, und der Wirt legte ein schönes Stück vor. Doch der Schneider, von Sorgen gequält, wagte in seiner Blödigkeit nicht, das blanke Messer zu brauchen, sondern hantierte schüchtern und zimperlich mit der silbernen Gabel daran herum. Das bemerkte die Köchin, welche zur Türe hereinguckte, den großen Herrn zu sehen, und sie sagte zu den Umstehenden, »Gelobt sei Jesus Christ! Der weiß noch einen feinen Fisch zu essen, wie es sich gehört, der sägt nicht mit dem Messer in dem zarten Wiesen herum, wie wenn er ein Kalb schlachten wollte. Das ist ein Herr von großem Hause, darauf wollte ich schwören, wenn es nicht verboten wäre.« Und wie schön und traurig er ist! Gewiß ist in ein armes Fräulein verliebt, daß man ihm nicht lassen will. »Ja, ja, die vornehmen Leute haben auch ihre Leiden.« Inzwischen sah der Wirt, daß der Gast nicht trank, und sagte ehrerbietig, »Der Herr mögen den Tischwein nicht? Befehlen Sie vielleicht ein Glas guten Bordeaux, den ich bestens empfehlen kann?« Da beging der Schneider den zweiten selbsttätigen Fehler, indem er aus gehorsam »Ja« statt »Nein« sagte, und allsobald verfügte sich der Wagwirt persönlich in den Keller, um eine ausgesuchte Flasche zu holen, denn es lag ihm alles daran, daß man sagen könne, es sei was Rechtes im Ort zu haben. Als der Gast von dem eingeschenkten Weine wiederum aus bösem Gewissen ganz kleine Schlücklein nahm, lief der Wirt voll Freuden in die Küche, schnalzte mit der Zunge und rief, »Hol mich der Teufel!« »Der versteht's!« »Der schlürft meinen Guten!« Wie nun aber alles im Kreise stand und sich zum Reihen ordnen wollte, erschien eine Gesandtschaft der Seldwyler, welche das Freund nachbarliche Gesuch und Anerbieten vortrug, den Herren und Frauen von Goldach einen Besuch abstatten zu dürfen und ihnen zum Ergötzen einen Schautanz aufzuführen. Dieses Anerbieten konnte nicht wohl zurückgewiesen werden. Auch versprach man sich von den lustigen Seldwylern einen tüchtigen Spaß und setzte sich daher nach der Anordnung der besagten Gesandtschaft in einem großen Halbring, in dessen Mitte Strapinski und Nettchen glänzten gleich fürstlichen Sternen. Nun traten allmählich jene besagten Schneidergruppen nacheinander ein. Jede führte in zierlichem Gebärdenspiel den Satz »Leute machen Kleider« und dessen Umkehrung durch, indem sie erst mit Emsigkeit irgendein stattliches Kleidungsstück, einen Fürstenmantel, Priesterthalar und dergleichen anzufertigen schien und so dann eine dürftige Person damit bekleidete, welche, urplötzlich umgewandelt, sich in höchstem Ansehen aufrichtete und nach dem Takte der Musik feierlich einherging. Auch die Tierfabel wurde in diesem Sinne in Szene gesetzt, da eine gewaltige Krähe erschien, die sich mit Pfauenfedern schmückte und quakend umherhupfte, ein Wolf, der sich einen Schafspelz zurechtschneiderte, schließlich ein Esel, der eine furchtbare Löwenhaut von Werk trug und sich heroisch damit trappierte, wie mit einem Caronari-Mantel. Alle, die so erschienen, traten nach vollbrachter Darstellung zurück und machten allmählich so den Halbkreis der Goldacher zu einem weiten Ring von Zuschauern, dessen innerer Raum endlich leer ward. In diesem Augenblicke ging die Musik in eine wehmütige, ernste Weise über und zugleich beschritt eine letzte Erscheinung den Kreis, dessen Augen sämtlich auf sie gerichtet waren. Es war ein schlanker, junger Mann in dunklem Mantel, dunklen, schönen Haaren und mit einer polnischen Mütze. Es war niemand anders als der Graf Strapinski, wie er an jenem November-Tage auf der Straße gewandert und den verhängnisvollen Wagen bestiegen hatte. Die ganze Versammlung blickte lautlos gespannt auf die Gestalt, welche feierlich schwermütig einige Gänge nach dem Takte der Musik umher trat, dann in die Mitte des Ringes sich begab, den Mantel auf den Boden breitete, sich schneidermäßig darauf niedersetzte und anfing, ein Bündel auszupacken. Er zog einen beinahe fertigen Grafenrock hervor, ganz wie ihn Strapinski in diesem Augenblick getrug, nähte mit großer Hast und Geschädlichkeit Troddeln und Schnüre darauf und bügelte ihn schulgerecht aus, indem er das scheinbar heiße Bügeleisen mit nassen Fingern prüfte. Dann richtete er sich langsam auf, zog seinen fadenscheinigen Rock aus und das Prachtkleid an, nahm ein Spiegelchen, kämmte sich und vollendete seinen Anzug, das er endlich als das leibhaftige Ebenbild des Grafen dastand. Unversehens ging die Musik in eine rasche, mutige Weise über. Der Mann wickelte seine sieben Sachen in den alten Mantel und warf das Pack weit über die Köpfe der Anwesenden hinweg in die Tiefe des Saales, darunter etwas sehr Wichtiges vermutete. »Man muß dem Kutscher sogleich einen Expressen nachschicken,« rief er eifrig. »Ich werde das besorgen.« Doch der Herr Graf fiel ihm ebenso erschrocken in den Arm und sagte bewegt, »Lassen Sie! Es darf nicht sein! Man muß meine Spur verlieren für einige Zeit,« setzte er hinzu, selbst betreten über diese Erfindung. Der Wirt ging erstaunt zu den punschtrinkenden Gästen, erzählte ihnen den Fall und schloß mit dem Ausspruche, daß der Graf unzweifelhaft ein Opfer politischer oder der Familienverfolgung sein müsse. Denn um eben diese Zeit wurden viele Polen und andere Flüchtlinge wegen gewaltsamer Unternehmungen des Landes verwiesen. Andere wurden von fremden Agenten beobachtet und umgarnt. Strapinski aber tat einen guten Schlaf und als er spät erwachte, sah er zunächst den prächtigen Sonntagsschlafrock des Wagwirtes über einen Stuhl gehängt, ferne ein Tischchen mit allem möglichen Toilettenwerkzeug bedeckt. So dann hatten eine Anzahl Dienstboten um Körbe und Köffer, angefüllt mit feiner Wäsche, mit Kleidern, mit Zigarren, mit Büchern, mit Stiefeln, mit Schuhen, mit Sporen, mit Reitpeitschen, mit Pelzen, mit Mützen, mit Hüten, mit Socken, mit Strümpfen, mit Pfeifen, mit Flöten und Geigen abzugeben, von Seiten der gestrigen Freunde, mit der angelegentlichen Bitte, sich dieser Bequemlichkeiten einstweilen bedienen zu wollen. Da sie die Vormittagsstunden unabänderlich in ihren Geschäften verbrachten, ließen sie ihre Besuche auf die Zeit nach Tisch ansagen. Diese Leute waren nichts weniger als lächerlich oder einfältig, sondern umsichtige Geschäftsmänner, mehr schlau als vernagelt. Allein, da ihre wohlbesorgte Stadt klein war und es ihnen manchmal langweilig darin vorkam, waren sie stets begierig auf eine Abwechslung, ein Ereignis, einen Vorgang, dem sie sich ohne Rückhalt hingaben. Der vierspännige Wagen, das Aussteigen des Fremden, sein Mittagessen, die Aussage des Kutschers waren so einfache und natürliche Dinge, daß die Goldacher, welche keinem müßigen Argwo nachzuhängen pflegten, ein Ereignis darauf aufbauten, wie auf einen Felsen. Als Strapinski das Warenlager sah, das sich vor ihm ausbreitete, war seine erste Bewegung, daß er in seine Tasche griff, um zu erfahren, ob er träume oder wache. Wenn sein Fingerhut dort noch in seiner Einsamkeit weilte, so träumte er. Aber nein, der Fingerhut wohnte traulich zwischen dem gewonnenen Spielgelde und scheuerte sich freundschaftlich an den Talern. So ergab sich auch sein Gebieter wiederum in das Ding und stieg von seinen Zimmern herunter auf die Straße, um sich die Stadt zu besehen, in welcher es ihm so wohl erging. Unter der Küchentüre stand die Köchin, welche ihm einen tiefen Knicks machte und ihm mit neuem Wohlgefallen nachsah. Auf dem Flur und an der Haustüre standen andere Hausgeister, alle mit der Mütze in der Hand und Strapinski schritt mit gutem Anstand und doch bescheiden hinaus beim Glase saß. Als das Paar im Wirtssaale erschien, lief wie ein Feuer die Rede herum. Ha, da haben wir eine Entführung, wir haben eine köstliche Geschichte eingeleitet. Doch ging Wenzel ohne Umsehen hindurch mit seiner Braut und nachdem sie in ihren Gemächern verschwunden war, begab er sich in den wilden Mann, ein anderes gutes Gasthaus und schritt stolz durch die dort ebenfalls noch hausenden Seldwiler hindurch in ein Zimmer, das er begehrte und überließ sie ihren erstaunten Beratungen, über welchen sie sich das grimmigste Kopfweh anzutrinken genötigt waren. Auch in der Stadt Goldach lief um die gleiche Zeit schon das Wort Entführung herum. In aller Frühe schon fuhr auch der Teich Bethesda nach Seldwiler von dem aufgeregten Böni und Nettchens betroffenen Vater bestiegen. Fast wären sie in ihrer Eile ohne Anhalt durch Seldwiler gefahren, als sie noch rechtzeitig den Schlitten Fortuna wohlbehalten vor dem Gasthause stehen sahen und zu ihrem Troste vermuteten, daß wenigstens die schönen Pferde auch nicht weit sein würden. Sie ließen daher ausspannen, als sich die Vermutung bestätigte und sie die Ankunft und den Aufenthalt Nettchens vernahmen und gingen gleichfalls in den Regenbogen hinein. Es dauerte jedoch eine kleine Weile, bis Nettchen den Vater bitten ließ, sie auf ihrem Zimmer zu besuchen und dort allein mit ihr zu sprechen. Auch sagte man, sie habe bereits den besten Rechtsanwalt der Stadt rufen lassen, welcher im Laufe des Vormittags erscheinen werde. Der Amtsrat ging etwas schweren Herzens zu seiner Tochter hinauf, überlegend, auf welche Weise er das desperate Kind am besten aus der Verirrung zurückführe und war auf ein verzweifeltes Gebaren gefasst. Allein mit Ruhe und sanfter Festigkeit trat ihm Nettchen entgegen. Sie dankte ihrem Vater mit Rührung für alle ihr bewiesene Liebe und Güte und erklärte so dann in bestimmten Sätzen, erstens, sie wolle nach dem Vorgefallenen nicht mehr in Goldach leben, wenigstens nicht die nächsten Jahre. Zweitens wünsche sie ihr bedeutendes mütterliches Erbe an sich zu nehmen, welches der Vater ja schon lange für den Fall ihrer Verheiratung bereitgehalten. Drittens wolle sie den Wenzel Strapinski heiraten, woran vor allem nichts zu ändern sei. Viertens wolle sie mit ihm in Seltwila wohnen und ihm da ein tüchtiges Geschäft gründen helfen, und fünftens und letztens werde alles gut werden, denn sie habe sich überzeugt, daß er ein guter Mensch sei und sie glücklich machen werde. Der Amtsrat begann seine Arbeit mit der Erinnerung, daß Netchen ja wisse, wie sehr er schon gewünscht habe, ihr Vermögen zur Begründung ihres wahren Glückes je eher je lieber in ihre Hände legen zu können. Dann aber schilderte er mit aller Bekümmernis, die ihn seit der ersten Kunde von der schrecklichen Katastrophe erfüllte, das Unmögliche des Verhältnisses, das sie festhalten wolle, und schließlich zeigte er das große Mittel, durch welches sich der schwere Konflikt allein würdig lösen lasse. Herr Melchior Böhni sei es, der bereit sei, durch augenblickliches Einstehen mit seiner Person den ganzen Handel niederzuschlagen und mit seinem unantastbaren Namen ihre Ehre vor der Welt zu schützen und aufrechtzuerhalten falten lassen, sondern diese durch die Beförderung jener beschleunigen müsse. Strapinski brachte zur Verlobung Brautgeschenke, welche ihn die Hälfte seines zeitlichen Vermögens kosteten. Die andere Hälfte verwandte er zu einem Feste, das er seiner Braut geben wollte. Es war eben fast Nachtszeit und bei hellem Himmel ein verspätetes glänzendes Winterwetter. Die Landstraßen boten die prächtigste Schlittenbahn, wie sie nur selten entsteht und sich hält, und Herr von Strapinski veranstaltete darum eine Schlittenfahrt und einen Ball in dem für solche Feste beliebten stattlichen Gasthause, welches auf einer Hochebene mit der schönsten Aussicht gelegen war, etwa zwei gute Stunden entfernt und genau in der Mitte zwischen Goldach und Seldvila. Um diese Zeit geschah es, dass Herr Melchior Böni in der letzteren Stadt Geschäfte zu besorgen hatte und daher einige Tage vor dem Winterfest in einem leichten Schlitten dahin fuhr, seine beste Zigarre rauchend. Und es geschah ferner, dass die Seldvila auf den gleichen Tag wie die Goldacher auch eine Schlittenfahrt verabredeten, nach dem gleichen Orte, und zwar eine kostümierte oder Maskenfahrt. So fuhr denn der Goldacher Schlittenzug gegen die Mittagsstunde und das Schellenklang, Posthorn, Tönen und Peitschenknall durch die Straßen der Stadt, daß die Sinnbilder der alten Häuser erstaunt herniedersahen und zum Tore hinaus. Im ersten Schlitten saß Strapinski mit seiner Braut, in einem polnischen Überrock von grünem Sammet, mit Schnüren besetzt und schwer mit Pelz verbrämt und gefüttert. Nettchen war ganz in weißes Pelzwerk gehüllt, blaue Schleier schützten ihr Gesicht gegen die frische Luft und gegen den Schneeglanz. Der Amtsrat war durch irgendein plötzliches Ereignis verhindert worden, mitzufahren, doch war es sein Gespann und sein Schlitten, in welchem sie fuhren, ein vergoldetes Frauenbild als Schlittenzehrad vor sich, die Fortuna vorstellend. Denn die Stadtwohnung des Amtsrates hieß »Zur Fortuna«. Ihnen folgten fünfzehn bis sechzehn Gefährte mit je einem Herrn und einer Dame, alle geputzt und lebensfroh, aber keines der Paare so schön und stattlich wie das Brautpaar. Die Schlitten trugen wie die Meerschiffe ihre Galleons immer das Sinnbild des Hauses, dem jeder angehörte, so daß das Volk rief »Seht, da kommt die Tapferkeit! Wie schön ist die Tüchtigkeit! Die Verbesserlichkeit scheint neu lackiert zu sein und die Sparsamkeit frisch vergoldet. Ah, der Jakobsbrunnen und der Teichbette ist da!« Im Teiche Bethesda, welcher als bescheidener Einspänner den Zug schloß, kodierte Melchior Böhni, still und vergnügt. Als Gaglion seines Fahrzeugs hatte er das Bild eines jüdischen Männchens vor sich, welcher an besagtem Teiche dreißig Jahre auf sein Heil gewartet. So segelte dann das Geschwader im Sonnenschein dahin und erschien bald auf der weithin schimmernden Höhe, dem Zielen Kire und Spediteure und ihrer Nachahmer in den wohlklingenden Namen Rosenthal, Morgenthal, Sonnenberg, Pfeilchenbrück, Jugendgarten, Freudenberg, Henriettental, zur Kamelia, Wilhelminenbrück und so weiter. Die an Frauennamen gehängten Täler und Burgen bedeuteten für den Kundigen immer ein schönes Weibergut. An jeder Straßenecke stand ein alter Turm mit reichem Uhrwerk, buntem Dach und zierlich vergoldeter Windfahne. Diese Türme waren sorgfältig erhalten, denn die Goldache erfreuten sich der Vergangenheit und der Gegenwart und taten auch recht daran. Die ganze Herrlichkeit war aber von der alten Ringmauer eingefaßt, welche, obwohl nichts mehr nütze, dennoch zum Schmucke beibehalten wurde, da sie ganz mit dichtem alten Efeu überwachsen war und so die kleine Stadt mit einem immergrünen Kranze umschloß. Alles dieses machte einen wunderbaren Eindruck auf Strapinski. Er glaubte, sich in einer anderen Welt zu befinden, denn als er die Aufschriften der Häuser las, dergleichen er noch nicht gesehen, war er der Meinung, sie bezögen sich auf die besonderen Geheimnisse und Lebensweisen jedes Hauses und es sähe hinter jeder Haustüre wirklich so aus, wie die Überschrift angab, so daß er in eine Art von moralischen Utopien hineingeraten wäre. So war er geneigt zu glauben, die wunderliche Aufnahme, welche er gefunden, hängte hiermit in Zusammenhang, so daß zum Beispiel das Sinnbild der Waage, in welcher er wohnte, bedeute, daß dort das ungleiche Schicksal abgewogen und ausgeglichen und zuweilen ein reisender Schneider zum Grafen gemacht würde. Er geriet auf seiner Wanderung auch vor das Tor, und wie er nun so über das freie Feld hinblickte, meldete sich zum letzten Mal der pflichtgemäße Gedanke, seinen Weg unverweilt fortzusetzen. Die Sonne schien, die Straße war schön, fest, nicht zu trocken und auch nicht zu nass, zum Wandern wie gemacht. Reisegeld hatte er nun auch, so daß er angenehm einkehren konnte, wo er Lust dazu verspürte und kein Hindernis war zu erspähen. Da stand er nun, gleich dem Jüngling am Scheidewege auf einer wirklichen Kreuzstraße. Aus dem Lindenkranze, welcher die Stadt umgab, stiegen gastliche Rauchsäulen, die goldenen Turmknöpfe funkelten lockend aus den Baumwipfeln. Glück, Genuß und Verschuldung, ein geheimnisvolles Schicksal winkten dort. Von der Feldseite her aber glänzte die freie Ferne. Arbeit, Entbehrung, Armut, Dunkelheit harten dort, aber auch ein gutes Gewissen und ein ruhiger Wandel. Dieses fühlend wollte er denn auch entschlossen ins Feld abschwenken. Im gleichen Augenblicke rollte ein rasches Fuhrwerk heran. Es war das Fräulein von gestern, welches mit wehendem blauem Schleier ganz allein in einem schmucken, leichten Fuhrwerk saß, ein schönes Pferd regierte und nach der Stadt fuhr. Sobald Strapinski nur an seine Mütze griff und dieselbe demütig vor seine Brust nahm in seiner Überraschung, verbeugte sich das Mädchen kleinen Wald von Gläsern vor sich, aus welchem der Champagnerkelch wie eine Pappel emporragte. Das glänzte, klingelte und duftete gar seltsam vor ihm. Und was noch seltsamer war, der arme, aber zierliche Mann griff nicht ungeschickt in das Wäldchen hinein und goss, als er sah, daß der Wirt etwas Rotwein in sein Champagner tat, einige Tropfen Tokaia in den seinigen. Inzwischen war der Stadtschreiber und der Notar gekommen, um den Kaffee zu trinken und das tägliche Spielchen, um denselben zu machen. Bald kam auch der ältere Sohn des Hauses Häberlin und Kompanie, der Jüngere des Hauses Pütschli-Niewergeld, der Buchhalter einer großen Spinnerei, Herr Melchior Böhni. Allein statt ihre Partie zu spielen, gingen sämtliche Herren in weitem Bogen hinter dem polnischen Grafen herum, die Hände in den hinteren Rocktaschen, mit den Augen blinzelnd und auf den Stockzähnen lächelnd. Denn es waren diejenigen Mitglieder guter Häuser, welche ihr Leben lang zu Hause blieben, deren Verwandte und Genossen aber in aller Welt saßen, weswegen sie selbst die Welt sattsam zu kennen glaubten. Also das sollte ein polnischer Graf sein. Den Wagen hatten sie freilich von ihrem Kontorstuhl ausgesehen. Auch wußte man nicht, ob der Wirt den Grafen oder dieser jenen bewirtete. Doch hatte der Wirt bis jetzt noch keine dummen Streiche gemacht. Er war vielmehr als ein ziemlich schlauer Kopf bekannt, und so wurden denn die Kreise, welche die neugierigen Herren um den Fremden zogen, immer kleiner, bis sie sich zuletzt vertraulich an den gleichen Tisch setzten und sich auf gewandte Weise zu dem Gelager aus dem Stegreif einluden, indem sie ohne weiteres um eine Flasche zu würfeln begannen. Doch tranken sie nicht zu viel, da es noch früh war. Dagegen galt es, einen Schluck trefflichen Kaffee zu nehmen und den Polacken, wie sie den Schneider bereits heimlich nannten, mit gutem Rauchzeug aufzuwarten, damit er immer mehr röche, wo er eigentlich wäre. Darf ich dem Herrn Grafen eine ordentliche Zigarre anbieten? Ich habe sie von meinem Bruder auf Kuba direkt bekommen, sagte der eine. Die Herren Polen lieben auch eine gute Zigarette. Hier ist ein echter Tabak aus Smyrna, mein Kompagnon hat ihn gesendet, rief der andere, indem er ein rotseidenes Beutelchen hinschob. Dieser aus Damaskus ist feiner, Herr Graf, rief der Dritte. Unser dortiger Prokurist selbst hat ihn für mich besorgt. Der Vierte streckte einen ungefügten Zigarrenbengel dar, in dem er schrie, wenn Sie etwas ganz ausgezeichnetes wollen, so versuchen Sie diese Pflanzerzigarre aus Virginien, selbst gezogen, selbst gemacht und durchaus nicht käuflich. Strapinski lächelte sauer süß, sagte nichts und war bald in feine Duftwolken gehüllt, welche von der hervorbrechenden Sonne lieblich versilbert wurden. Der Himmel entwölkte sich in weniger als einer Viertelstunde. Der schönste Herbstnachmittag trat ein. Es hieß, der Genuß der günstigen Stunde sei sich zu gönnen, da das Jahr vielleicht nicht viele solcher Tage mehr brächte. Und es wurde beschlossen, auszufangen. Was ist denn da zu lamentieren, Herr? Die Pastete tragen sie nur kühn auf, die wird er doch nicht aufessen. Die Abendherren bekommen sie dann Portionsweise. Sechs Portionen wollen wir schon noch herauskriegen. Sechs Portionen? Ihr vergeßt wohl, daß die Herren sich satt zu essen gewohnt sind, meinte der Wirt. Allein die Köchin fuhr unerschüttert fort. Das sollen sie auch. Man läßt noch schnell ein halbes Dutzend Koteletts holen, die brauchen wir sowieso für den Fremden. Und was er übrig läßt, schneide ich in kleine Stückchen und menge sie unter die Pastete. Da lassen sie nur mich machen. Doch der wackere Wirt sagte ernsthaft, Köchin, ich habe euch schon einmal gesagt, daß dergleichen in dieser Stadt und in diesem Hause nicht angehe. Wir leben hier solid und ehrenfest und vermögen es. Eider tausend, ja, ja, rief die Köchin endlich etwas aufgeregt. Wenn man sich denn nicht zu helfen weiß, so opfere man die Sache. Hier sind zwei Schnäpfen, die ich den Augenblick vom Jäger gekauft habe, die kann man am Ende der Pastete zusetzen. Eine mit Schnäpfen gefälschte Rebhuhnpastete werden die Leckermäule nicht beanstanden. So dann sind auch die Forellen da, die größte habe ich in das siedende Wasser geworfen, wie der merkwürdige Wagen kam. Und da kocht auch schon die Brühe im Pfändchen. So haben wir also einen Fisch, das Rindfleisch, das Gemüse mit den Koteletts, den Hammelsbraten und die Pastete. Geben Sie nur den Schlüssel, daß man das Eingemachte und den Dessert herausnehmen kann, und den Schlüssel könnten Sie, Herr, mir mit Ehren und Zutrauen übergeben, damit man ihnen nicht aller Orten nachspringen muß und oft in die größte Verlegenheit gerät. Liebe Köchin, das braucht ihr nicht übel zu nehmen. Ich habe meiner seligen Frau am Todbette versprechen müssen, die Schlüssel immer in Händen zu behalten. So nach geschieht es grundsätzlich und nicht aus Misstrauen. Hier sind die Gurken und hier die Kirschen, hier die Birnen und hier die Aprikosen. Aber das alte Konfekt darf man nicht mehr aufstellen. Geschwind soll die Liese zum Zuckerbeck laufen und frisches Backwerk holen, drei Teller, und wenn er eine gute Torte hat, soll er sie auch gleich mitgeben. Aber Herr, Sie können ja dem einzigen Gaste nicht das alles aufrechnen. Das schlägt's beim besten Willen nicht heraus. Tut nichts. Es ist um die Ehre. Das bringt mich nicht um. Dafür soll ein großer Herr, wenn er durch unsere Stadt reist, sagen können, er habe ein ordentliches Essen gefunden, obgleich er ganz unerwartet und im Winter gekommen sei. Es soll nicht heißen, wie von den Wirten zu Seldwil, die alles Gute selber fressen und den Fremden die Knochen vorsetzen. Also frisch, munter, sputet euch allerseits. Während dieser umständlichen Zubereitungen befand sich der Schneider in der peinlichsten Angst, da der Tisch mit glänzendem Zeuge gedeckt wurde und so heiß sich der ausgehungerte Mann vor kurzem noch nach einiger Nahrung gesehnt hatte, so ängstlich wünschte er jetzt der drohenden Mahlzeit zu entfliehen. Endlich faßte er sich einen Mut, nahm seinen Mantel um, setzte die Mütze auf und begab sich hinaus einem ins Gesicht wehenden Lufthauche. Die allezeit etwas kokette Mutter Natur hatte hier eines ihrer Geheimnisse angewendet, um den schwierigen Handel zu Ende zu führen. Nach kurzen Schweigen, in dem ihre Brust sich zu heben begann, stand Nettchen auf, ging um den Tisch herum dem Manne entgegen und fiel ihm um den Hals mit den Worten, »Ich will dich nicht verlassen, du bist mein und ich will mit dir gehen, trotz aller Welt!« So feierte sie erst jetzt ihre rechte Verlobung aus tief entschlossener Seele, indem sie in süßer Leidenschaft ein Schicksal auf sich nahm und Treue hielt. Doch war sie keineswegs so blöde, dieses Schicksal nicht selbst ein wenig lenken zu wollen. Vielmehr faßte sie rasch und keck neue Entschlüsse, denn sie sagte zu dem guten Wenzel, der in dem abermaligen Glückeswechsel verloren träumte, »Nun wollen wir gerade nach Seldwil gehen und den dortigen die uns zu zerstören gedachten, zeigen, dass sie uns erst recht vereinigt und glücklich gemacht haben.« Dem wackern Wenzel wollte das nicht einleuchten. Er wünschte vielmehr, in unbekannte Weiten zu ziehen und geheimnisvoll romantisch dort zu leben in stillem Glücke, wie er sagte. Allein Nettchen rief, »Keine Romane mehr! Wie du bist, ein armer Wandersmann, will ich mich zu dir bekennen und in meiner Heimat allen diesen Stolzen und Spöttern zum Trotze dein Weib sein. Wir wollen nach Seldwila gehen und dort durch Tätigkeit und Klugheit die Menschen, die uns verhöhnt haben, von uns abhängig machen.« Und wie gesagt, so getan. Nachdem die Bäuerin herbeigerufen und von Wenzel, der anfing, seine neue Stellung einzunehmen, beschenkt worden war, fuhren sie ihres Weges weiter. Wenzel führte jetzt die Zügel, Nettchen lehnte sich so zufrieden an ihn, als ob er eine Kirchensäule wäre. Denn das Menschenwille ist sein Himmelreich und Nettchen war just vor drei Tagen volljährig geworden und konnte dem ihrigen folgen. In Seldwila hielten sie vor dem Gasthause zum Regenbogen, wo noch eine Zahl jener Schlittenfahrer beim Glase saß. Als das Paar im Wirtssaale erschien, lief wie ein Feuer die Rede herum. »Ha! Da haben wir eine Entführung! Wir haben eine köstliche Geschichte eingeleitet!« Doch ging Wenzel ohne Umsehen hindurch mit seiner Braut und nachdem sie in ihren Gemächern verschwunden war, begab er sich in den wilden Mann, ein anderes gutes Gasthaus, und schritt stolz durch die dort ebenfalls noch hausenden Seldwila hindurch in ein Zimmer, das er begehrte und überließ sie ihren erstaunten Beratungen, über welchen sie sich das grimmigste Kopfweh anzutrinken genötigt waren. Auch in der Stadt Goldach lief um die gleiche Zeit schon das Wort Entführung herum. In aller Frühe schon fuhr auch der Teich Bethesda nach Seldwila von dem aufgeregten Böni und Nettchens betroffenem Vater bestiegen. Fast wären sie in ihrer Eile ohne Anhalt durch Seldwila gefahren, als sie noch rechtzeitig den Schlitten Fortuna wohlbehalten vor dem Gasthause stehen sahen und zu ihrem Troste vermuteten, daß wenigstens die schönen Pferde auch nicht weit seien, wenn auch nur in der Wahl der Kleider, hatte ihn in diesen Konflikt geführt und brachte jetzt auch jene Furcht hervor. Und sein Gewissen war nur insoweit mächtig, daß er beständig den Vorsatz näherte, bei guter Gelegenheit einen Grund zur Abreise zu finden und dann durch Lotteriespiel und dergleichen die Mittel zu gewinnen, aus geheimnisvoller Ferne alles zu vergüten, um was er die gastfreundlichen Goldache gebracht hatte. Er ließ sich auch schon aus allen Städten, wo es Lotterien oder Agenten derselben gab, Lose kommen mit mehr oder weniger bescheidenem Einsatze, und die daraus entstehende Korrespondenz, der Empfang der Briefe, wurde wiederum als ein Zeichen wichtiger Beziehungen und Verhältnisse vermerkt. Schon hatte er mehr als einmal ein paar Gulden gewonnen und dieselben sofort wieder zum Erwerb neuer Lose verwendet, als er eines Tages von einem fremden Kollekteur, der sich aber Bankier nannte, eine namhafte Summe empfing, welche hinreichte, jenen Rettungsgedanken auszuführen. Er war bereits nicht mehr erstaunt über sein Glück, das sich von selbst zu verstehen schien, fühlte sich aber doch erleichtert und besonders dem guten Waagwirt gegenüber beruhigt, welchen er seines guten Essens Wegen sehr wohl leiden mochte. Anstatt aber kurz abzubinden, seine Schulden geradeaus zu bezahlen und abzureisen, gedachte er, wie er sich vorgenommen, eine kurze Geschäftsreise vorzugeben, dann aber von irgendeiner großen Stadt aus zu melden, daß das unerbittliche Schicksal ihm verbiete, je wiederzukehren. Dabei wolle er seinen Verbindlichkeiten nachkommen, ein gutes Andenken hinterlassen und seinem Schneiderberuf für sich aufs Neue und mit mehr Umsicht und Glück widmen oder auch sonst einen anständigen Lebensweg erspähen. Am liebsten wäre er freilich auch als Schneidermeister in Goldach geblieben und hätte jetzt die Mittel gehabt, sich da ein bescheidenes Auskommen zu begründen. Allein es war klar, daß er hier nur als Graf leben konnte. Wegen des sichtlichen Vorzuges und Wohlgefallens, dessen er sich bei jeder Gelegenheit von Seiten des schönen Nettchens zu erfreuen hatte, waren schon manche Redensarten im Umlauf und er hatte sogar bemerkt, daß das Fräulein hin und wieder die Gräfin genannt wurde. Wie konnte er diesem Wesen nun eine solche Entwicklung bereiten? Wie konnte er das Schicksal, das ihn gewaltsam so erhöht hatte, so frevelhaft Lügen strafen und sich selbst beschämen? Er hatte von seinem Lotteriemann, genannt Bankier, einen Wechsel bekommen, welchen er bei einem Goldacher Haus einkassierte. Diese Verrichtung bestärkte abermals die günstigen Meinungen über seine Person und Verhältnisse, da die soliden Handelsleute nicht im Entferntesten an einen Lotterieverkehr dachten. An demselben Tage nun begab sich Strapinski auf einen stattlichen Ball, zu dem er geladen war. In tiefes, einfaches Schwarz gekleidet erschien er und verkündete sogleich den ihn Begrüßenden, daß er genötigt sei, zu verreisen. In zehn Minuten war die Nachricht der ganzen Versammlung bekannt, und Nettchen, deren Anblick Strapinski suchte, schien, wie erstarrt, seinen Blicken auszuweichen. Bald rot, bald blass werdend. Und so über das freie Feld hinblickte, meldete sich zum letzten Male der pflichtgemäße Gedanke, seinen Weg unverweilt fortzusetzen. Die Sonne schien, die Straße war schön, fest, nicht zu trocken und auch nicht zu nass, zum Wandern wie gemacht. Reisegeld hatte er nun auch, so daß er angenehm einkehren konnte, wo er Lust dazu verspürte und kein Hindernis war zu erspähen. Da stand er nun, gleich dem Jüngling am Scheidewege, auf einer wirklichen Kreuzstraße. Aus dem Lindenkranze, welcher die Stadt umgab, stiegen gastliche Rauchsäulen, die goldenen Turmknöpfe funkelten lockend aus den Baumwipfeln. Glück, Genuß und Verschuldung, ein geheimnisvolles Schicksal winkten dort. Von der Feldseite her aber glänzte die freie Ferne. Arbeit, Entbehrung, Armut, Dunkelheit harten dort, aber auch ein gutes Gewissen und ein ruhiger Wandel. Dieses fühlend wollte er denn auch entschlossen ins Feld abschwenken. Im gleichen Augenblicke rollte ein rasches Fuhrwerk heran. Es war das Fräulein von gestern, welches mit wehendem, blauem Schleier ganz allein in einem schmucken, leichten Fuhrwerk saß, ein schönes Pferd regierte und nach der Stadt fuhr. Sobald Strapinski nur an seine Mütze griff und dieselbe demütig vor seine Brust nahm in seiner Überraschung, verbeugte sich das Mädchen rasch errötend gegen ihn, aber überaus freundlich und fuhr in großer Bewegung das Pferd zum Galopp antreibend davon. Strapinski aber machte unwillkürlich ganze Wendung und kehrte getrost nach der Stadt zurück. Noch an demselben Tage galoppierte er auf dem besten Pferde der Stadt, an der Spitze einer ganzen Reitersgesellschaft durch die Allee, welche um die grüne Ringmauer führte und die fallenden Blätter der Linden tanzten wie ein goldener Regen um sein verklärtes Haupt. Nun war der Geist in den Gefahren. Mit jedem Tage wandelte er sich, gleich einem Regenbogen der Zusehensbunterwirt an der vorbrechenden Sonne. Er lernte in Stunden, in Augenblicken, was andere nicht in Jahren, da es in ihm gesteckt hatte, wie das Farbewesen im Regentropfen. Er beachtete wohl die Sitten seiner Gastfreunde und bildete sie während des Beobachtens zu einem Neuen und Fremdartigen um. Besonders suchte er abzulauschen, was sie sich eigentlich unter ihm dächten und was für ein Bild sie sich von ihm gemacht. Dies Bild arbeitete er weiter aus nach seinem eigenen Geschmacke, zur vergnüglichen Unterhaltung der einen, welche gern etwas Neues sehen wollten, und zur Bewunderung der anderen, besonders der Frauen, welche nach erbaulicher Anregung dürsteten. So ward er rasch zum Helden eines artigen Romanes, an welchem er gemeinsam mit der Stadt und liebevoll arbeitete, dessen Hauptbestandteil aber immer noch das Geheimnis war. Bei all dem erlebte Strapinski, was er in seiner Dunkelheit früher nie gekannt, eine schlaflose Nacht um die andere. Und es ist mit Tadel hervorzuheben, dass es ebenso viel die Furcht vor der Schande, als armer Schneider entdeckt zu werden und Mann griff nicht ungeschickt in das Wäldchen hinein und goß, als er sah, dass der Wirt etwas Rotwein in sein Champagner tat, einige Tropfen Topkaia in den seinigen. Inzwischen war der Stadtschreiber und der Notar gekommen, um den Kaffee zu trinken und das tägliche Spielchen um denselben zu machen. Bald kam auch der ältere Sohn des Hauses Häberlin und Kompanie, der Jüngere des Hauses Bütschli-Nivergeld, der Buchhalter einer großen Spinnerei, Herr Melchior Böhni. Allein statt ihre Partie zu spielen, gingen sämtliche Herren in weitem Bogen hinter dem polnischen Grafen herum, die Hände in den hinteren Rocktaschen, mit den Augen blinzelnd und auf den Stockzähnen lächelnd. Denn es waren diejenigen Mitglieder guter Häuser, welche ihr Leben lang zu Hause blieben, deren Verwandte und Genossen aber in aller Welt saßen, weswegen sie selbst die Welt sattsam zu kennen glaubten. Also das sollte ein polnischer Graf sein. Den Wagen hatten sie freilich von ihrem Kontorstuhl ausgesehen. Auch wußte man nicht, ob der Wirt den Grafen oder dieser jenen bewirtete. Doch hatte der Wirt bis jetzt noch keine dummen Streiche gemacht. Er war vielmehr als ein ziemlich schlauer Kopf bekannt, und so wurden denn die Kreise, welche die neugierigen Herren um den Fremden zogen, immer kleiner, bis sie sich zuletzt vertraulich an den gleichen Tisch setzten und sich auf gewandte Weise zu dem Gelager aus dem Stegreif einluden, indem sie ohne weiteres um eine Flasche zu würfeln begannen. Doch tranken sie nicht zu viel, da es noch früh war. Dagegen galt es einen Schluck trefflichen Kaffee zu nehmen, und den Polacken, wie sie den Schneider bereits heimlich nannten, mit gutem Rauchzeug aufzuwarten, damit er immer mehr röche, wo er eigentlich wäre. Darf ich dem Herrn Grafen eine ordentliche Zigarre anbieten? Ich habe sie von meinem Bruder auf Kuba direkt bekommen. sagte der eine. Die Herren Polen lieben auch eine gute Zigarette. Hier ist ein echter Tabak aus Smyrna, mein Kompagnon hat ihn gesendet, rief der andere, indem er ein rotseidenes Beutelchen hinschob. Dieser aus Damaskus ist feiner, Herr Graf, rief der Dritte. Unser dortiger Prokurist selbst hat ihn für mich besorgt. Der Vierte streckte einen ungefügten Zigarrenbengel dar, indem er schrie, wenn sie etwas ganz ausgezeichnetes wollen, so versuchen sie diese Pflanzerzigarre aus Virginien, selbstgezogen, selbstgemacht und durchaus nicht käuflich. Strapinski lächelte sauer süß, sagte nichts und war bald in feine Duftwolken gehüllt, welche von der hervorbrechenden Sonne lieblich versilbert wurden. Der Himmel entwölkte sich in weniger als einer Viertelstunde. Der schönste Herbstnachmittag trat ein. Es hieß, der Genuß der günstigen Stunde sei sich zu gönnen, da das Jahr vielleicht nicht viele solcher Tage mehr brächte, und es wurde beschlossen auszufahren, den fröhlichen Amtsrat auf seinem Gute zu besuchen, der erst vor wenigen Tagen gekältert hatte, und seinen neuen Wein den roten Sauser zu kosten. Pütschli Niewergelds Sohn sandte nach seinem Jagdwagen und bald schlugen seine Jorans Ach, einmal wirst du doch in deinem Leben etwas vorgestellt und neben einem solchen höheren Wesen gesessen haben. Es war in der Tat keine Kleinigkeit, eine Hand neben sich glänzend zu sehen, die von drei oder vier Armbändern klirrte, und bei einem flüchtigen Seitenblick jedes Mal einen abenteuerlich und reizend frisierten Kopf, ein holdes Erröten, einen vollen Augenaufschlag zu sehen. Denn er mochte tun oder lassen, was er wollte, alles wurde als ungewöhnlich und nobel ausgelegt, und die Ungeschicklichkeit selbst als merkwürdige Unbefangenheit liebenswürdig befunden von der jungen Dame, welche sonst stundenlang über gesellschaftliche Verstöße zu plaudern wußte. Da man guter Dinge war, sangen ein paar Gäste Lieder, die in den dreißiger Jahren Mode waren. Der Graf wurde gebeten, ein polnisches Lied zu singen. Der Wein überwand seine Schüchternheit endlich, obschon nicht seine Sorgen. Er hatte einst einige Wochen im Polnischen gearbeitet und wußte einige polnische Worte, sogar ein Volksliedchen auswendig, ohne ihres Inhaltes bewusst zu sein, gleich einem Papagei. Also sang er mit edlem Wesen, mehr zaghaft als laut und mit einer Stimme, welche wie von einem geheimen Kummer leise zitterte, auf Polnisch Hunderttausend Schweine Pferchen von der Desna bis zur Weichsel und Katinka dieses Saumensch geht im Schmutz bis an die Knöchel. Hunderttausend Ochsen brüllen auf Volhyniens grünen Weiden und Katinka ja Katinka glaubt ich sei in sie verliebt. Bravo, bravo, riefen alle Herren mit den Händen klatschend und Nettchen sagte gerührt, ach, das Nationale ist immer so schön. Glücklicherweise verlangte niemand die Übersetzung dieses Gesanges. Mit dem Überschreiten solchen Höhepunktes der Unterhaltung brach die Gesellschaft auf. Der Schneider wurde wieder eingepackt und sorgfältig nach Goldach zurückgebracht. Vorher hatte er versprechen müssen, nicht ohne Abschied davon zu reisen. Im Gasthof zur Waage wurde noch ein Glas Punsch genommen, jedoch Strapinski war erschöpft und verlangte nach dem Bette. Der Wirt selbst führte ihn auf seine Zimmer, deren Stattlichkeit er kaum mehr beachtete, obgleich er nur gewohnt war, in dürftigen Herbergskammern zu schlafen. Er stand ohne alle und jede Habseligkeit mitten auf einem schönen Teppich, als der Wirt plötzlich den Mangel an Gepäck entdeckte und sich vor die Stirne schlug. Dann lief er schnell hinaus, schellte, rief Kellner und Hausknecht herbei, Wort wechselte mit ihnen, kam wieder und beteuerte. Es ist richtig, Herr Graf, man hat vergessen, ihr Gepäck abzuladen, auch das Notwendigste fehlt. Auch das kleine Paketchen, das im Wagen lag, fragte Stapinski ängstlich, weil er ein anhand großes Bündlein dachte, welches er auf dem Sitze hatte liegen lassen, und das ein Schnupftuch, eine Haarbürste, einen Kamm, ein Büchschen Pomade und einen Stängel Bartwichse enthielt. Auch dieses fehlt, es ist gar nicht wäre. Darf ich dem Herrn Grafen eine ordentliche Zigarre anbieten? Ich habe sie von meinem Bruder auf Kuba direkt bekommen, sagte der eine. Die Herren Polen lieben auch eine gute Zigarette. Hier ist ein echter Tabak aus Smyrna, mein Kompagnon hat ihn gesendet, rief der andere, indem er ein rotseidenes Beutelchen hinschob. Dieser aus Damaskus ist feiner, Herr Graf, rief der Dritte. Unser dortiger Prokurist selbst hat ihn für mich besorgt. Der Vierte streckte einen ungefügten Zigarrenbengel dar, in dem er schrie, wenn Sie etwas ganz ausgezeichnetes wollen, so versuchen Sie diese Pflanzer Zigarre aus Virginien, selbst gezogen, selbst gemacht und durchaus nicht käuflich. Strapinski lächelte sauer süß, sagte nichts und war bald in feine Duftwolken gehüllt, welche von der hervorbrechenden Sonne lieblich versilbert wurden. Der Himmel entwölkte sich in weniger als einer Viertelstunde. Der schönste Herbstnachmittag trat ein. Es hieß, der Genuß der günstigen Stunde sei sich zu gönnen, da das Jahr vielleicht nicht viele solcher Tage mehr brächte. Und es wurde beschlossen auszufahren, den fröhlichen Amtsrat auf seinem Gute zu besuchen, der erst vor wenigen Tagen gekeltert hatte, und seinen neuen Wein den roten Sauser zu kosten. Pütschli Niewer Geld Sohn sandte nach seinem Jagdwagen und bald schlugen seine jungen Eisenschimmel das Pflaster vor der Waage. Der Wirt selbst ließ ebenfalls anspannen, man lud den Grafen zuvorkommend ein, sich anzuschließen und die Gegend etwas kennen zu lernen. Der Wein hatte seinen Witz erwärmt, er überdachte schnell, daß er bei dieser Gelegenheit am besten sich unbemerkt entfernen und seine Wanderung fortsetzen könne. Den Schaden sollten die törichten und zudringlichen Herren an sich selbst behalten. Er nahm daher die Einladung mit einigen höflichen Worten an und bestieg mit dem jungen Pütschli den Jagdwagen. Nun war es eine weitere Fügung, daß der Schneider, nachdem er auf seinem Dorfe schon als junger Bursch dem Gutsherren zuweilen Dienste geleistet, seine Militärzeit bei den Husaren abgedient hatte und demnach genugsam mit Pferden umzugehen verstand. Wie daher sein Gefährte höflich fragte, ob er vielleicht fahren möge, ergriff er sofort Zügel und Peitsche und fuhr in schulgerechter Haltung in raschem Trabe durch das Tor und auf der Landstraße dahin, so daß die Herren einander ansahen und flüsterten, es ist richtig, es ist jedenfalls ein Herr. In einer halben Stunde war das Gut des Amtsrates erreicht, Strapinski fuhr in einem prächtigen Halbbogen auf und ließ die feurigen Pferde aufs Beste anprallen. Man sprang von den Wagen, der Amtsrat kam herbei und führte die Gesellschaft ins Haus. Und also bald war auch der Tisch das heiße gährende Getränk wurde vorerst geprüft, belobt und so dann fröhlichen Angriff genommen, während der Hausherr im Hause die Kunde herumtrug, es sei ein vornehmer Graf da, ein Polacke und eine fein riechtzen Jahre alt war, sie gehe mit ihrem Haushalt in die Residenz, für immer, die Mutter solle mich mitgeben, es sei schade für mich in dem Dorfe ein Tagelöhner oder Bauernknecht zu werden, sie wolle mich etwas Feines lernen lassen, so was ich Lust habe, während ich in ihrem Hause leben und diese und jene leichten Dienstleistungen tun könne. Das schien nun das Herrlichste zu sein, was ich für unser eigenen mochte. Alles wurde demgemäß verabredet und zubereitet, als die Mutter nachdenklich und traurig wurde, und mich eines Tages plötzlich mit vielen Tränen bat, sie nicht zu verlassen, sondern mit ihr arm zu bleiben. Sie werde nicht alt werden, sagte sie, und ich würde gewiß noch zu etwas Gutem gelangen, auch wenn sie tot sei. Die Gutsherrin, der ich das betrübt hinterbrachte, kam her und machte meiner Mutter Vorstellungen. Aber diese wurde jetzt ganz aufgeregt und rief einmal um das andere, sie lasse sich ihr Kind nicht rauben. Warum fahren sie nicht fort? Wenzel errötete und antwortete. Sie sagte etwas Seltsames, was ich nicht recht verstand und was ich jedenfalls seither nicht verspürt habe. Sie meinte, wer das Kind kenne, könne nicht mehr von ihm lassen und wollte wohl damit sagen, dass ich ein gutmütiger Junge gewesen sei oder etwas der gleichen. Kurz sie war so aufgeregt, dass ich trotz allen zuredens jener Dame entsagte und bei der Mutter blieb, wofür sie mich doppelt lieb hatte, tausendmal mich um Verzeihung bittend, dass sie mir vor dem Glück sei. Als ich aber nun auch etwas verdienen lernen sollte, stellte es sich heraus, dass nicht viel anderes zu tun war, als dass ich zu unserem Dorfschneider in die Lehre ging. Ich wollte nicht, aber die Mutter der Militärdienst rief mich weg. Ich wurde unter die Husaren gesteckt und war ein ganz hübscher roter Husar, obwohl vielleicht der dümmste im Regiment, jedenfalls der stillste. Nach einem Jahre konnte ich endlich für ein paar Wochen Urlaub erhalten und eilte nach Hause, meine gute Mutter zu sehen, aber sie war eben gestorben. Da bin ich denn, als meine Zeit vorbei war, einsam in die Welt gereist und endlich hier in mein Unglück geraten. Nettchen lächelte, als er dieses vor sich hin klagte und sie ihn dabei aufmerksam betrachtete. Es war jetzt eine Zeit lang still in der Stube. Auf einmal schien ihr ein Gedanke aufzutauchen. Da sie, sagte sie plötzlich, aber dennoch mit zögerndem spitzigen Wesen, stets so wertgeschätzt und liebenswürdig waren, so haben sie ohne Zweifel auch jederzeit ihre gehörigen Liebschaften oder dergleichen gehabt, oder wohl schon mehr als ein armes Frauenzimmer auf dem Gewissen, von mir nicht zu reden. Ach Gott, erwiderte Wenzel ganz rot werdend, ehe ich zu ihnen kam, hab ich niemals auch nur die Fingerspitzen eines Nun, ich werde mich hüten, den Verlauf zu stören. Die beiden Partien waren nun zu Ende, auch das Sauser Gelüste der Herren gebüßt, und sie zogen nun vor, sich an den alten Weilen des Amtsrates ein wenig abzukühlen, die jetzt gebracht wurden. Doch war die Abkühlung etwas leidenschaftlicher Natur, in dem sofort, um nicht in schnöden Müßiggang zu verfallen, ein allgemeines Hasardspiel vorgeschlagen wurde. Man mischte die Karten, jeder warf einen Brabanertaler hin, und als die Reihe an Strapinski war, konnte er nicht wohl seinen Fingerhut auf den Tisch setzen. Ich habe nicht ein solches Geldstück, sagte er errötend. Aber schon hatte Melchior Böhni, der ihn beobachtet, für ihn eingesetzt, ohne dass jemand darauf Acht gab, denn alle waren viel zu behaglich, als dass sie auf den Argwohn geraten wären, jemand in der Welt könne kein Geld haben. Im nächsten Augenblicke wurde dem Schneider, der gewonnen hatte, der ganze Einsatz zugeschoben. Verwirrt ließ er das Geld liegen, und Böhni besorgte für ihn das zweite Spiel, welches ein anderer gewann, sowie das dritte. Doch das vierte und fünfte gewann wiederum der Polacke, der allmählich aufwachte und sich in die Sache fand. Indem er sich still und ruhig verhielt, spielte er mit abwechselndem Glücke. Einmal kam er bis auf einen Thaler herunter, den er setzen mußte. Gewann wieder, und zuletzt als man das Spiel satt bekam, besaß er einige Louis-Dor, mehr als er jemals in seinem Leben besessen, welche er, als er sah, daß jedermann sein Geld einsteckte, ebenfalls zu sich nahm, nicht ohne Furcht, daß alles ein Traum sei. Böhni, welcher ihn fortwährend scharf betrachtete, war jetzt fast im Klaren über ihn, und dachte, den Teufel fährt der in einem vierspännigen Wagen. Weil er aber zugleich bemerkte, daß der rätselhafte Fremde keine Gier nach dem Gelde gezeigt, sich überhaupt bescheiden und nüchtern verhalten hatte, so war er nicht übel gegen ihn gesinnt, sondern beschloss, die Sache durchaus gehen zu lassen. Aber der Graf Strapinski, als man sich vor dem Abendessen im Freien erging, nahm jetzt seine Gedanken zusammen und hielt den rechten Zeitpunkt einer geräuschlosen Beurlaubung für gekommen. Er hatte ein artiges Reisegeld und nahm sich vor, dem Wirt zur Waage von der nächsten Stadt aus, sein aufgedrungenes Mittagsmahl zu bezahlen. Also schlug er seinen Radmantel malerisch um, drückte die Pelzmütze tiefer in die Augen und schritt unter einer Reihe von hohen Akazien in der Abendsonne langsam auf und nieder, das schöne Gelände betrachtend, oder vielmehr den Weg erspähend, den er einschlagen wollte. Er nahm sich mit seiner bewölkten Stirne, seinem lieblichen, aber schwermütigen Mundbärtchen, seinen glänzenden schwarzen Locken, seinen dunklen Augen, im Wehen seines faltigen Mantels vortrefflich aus. Der Abendschein und das Säuseln der Bäume über ihm erhöhte den Eindruck, so daß die Gesellschaft ihn von ferne mit Aufmerksamkeit und Wohlwollen betrachtete. Allmählich ging er immer etwas weiter vom Hause hinweg, schritt durch ein Gebüsch hinter Aufmerksamkeit